Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen ersten Veranstaltung zur Serie Faszination Forschung, die wir nun schon einige Jahre machen und Sie wissen, das Ziel ist eigentlich Forschungsschwerpunkte der Universitätsmedizin zu vermitteln. Was machen die dort oben in der Medizin, was kostet da so viel Geld und was kommt raus, das steckt eigentlich hinter dieser Serie. Wir hatten schon mal über die Gutenberg-Studie gesprochen, ganz am Anfang, als es losging mit der Rekrutierung. Mittlerweile hat diese Studie sich expandiert, es sind neue Akteure hinzugekommen und einer der neuen Akteure, darf ich mal so sagen, ist Professor Wild, den ich Ihnen kurz vorstellen wollte. Er hat Medizin studiert von 96 bis 2002 in Marburg und Leipzig und hat dann dort auch die Doktorarbeit gemacht, schon in der Kardiologie mit Summa Cum Laude und ich glaube, damals war dann schon klar, wohin die Richtung geht, innere Medizin am ehesten Kardiologie. Er hat dann die Facharztausbildung gemacht, wurde 2009 Facharzt für innere Medizin und wechselte dann irgendwann von Marburg nach Mainz. Es war anscheinend attraktiver, kann ich durchaus nachvollziehen und das war sicher eine gute Entscheidung. Er wurde dann Oberarzt 2010 bis 2012 in der zweiten medizinischen Klinik, hat dabei, wie das heute, aus meiner Sicht leider, aber wahrscheinlich sinnvoll ist, ein Masterstudium für Epidemiologie gemacht, am hiesigen Institut, am hiesigen Imbay-Institut und hat es auch erfolgreich abgeschlossen, 2012. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. 2012 Ernennung zum Professor für Epidemiologie am hiesigen Institut für Thrombose und Hämostase. 2013 folgte dann schon ein Lehrstuhl, Ruf nach Hamburg für Epidemiologie. Er blieb standhaft gegen alle Einflüsterungen und hat er sich für Mainz entschieden. Das hat sich, denke ich, zumindest kurzfristig ausgezahlt. In 2013 kam dann der Ruf aus Mainz für die klinische Epidemiologie und präventive Kardiologie, sodass er dann 2014 diesen Lehrstuhl hier angenommen hat. Und in dieser Funktion ist er Leiter der Gutenberg-Studie, er ist aber auch Leiter der Forschung am Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung, das auch hier in Mainz an der 2. MET angesiedelt ist. Seine Schwerpunkte sind im Großen und im Kleinen zu suchen. Im Großen epidemiologische Untersuchungen, welche Bevölkerungsschichten, welche Altersschichten, bei welchen Risikosituationen bekommen kardiovaskuläre Erkrankungen, gibt es genetische Gründe, dass der eine einen Herzinfarkt kriegt und der andere nicht. Aber es spielt sich die Untersuchungen, die Forschung auch im Kleinen ab. Also Zusammenhang zwischen Entzündung, Immunsystem, Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen. Und dafür braucht man Daten und diese Daten, sage ich jetzt mal ganz einfach, können Biodatenbanken liefern und das ist ein dritter Schwerpunkt. Als wir diese Veranstaltung vorbereitet haben, hatte ich Gelegenheit, dass mich Herr Witt eingeladen hat und sagte, ja schauen Sie es doch mal an, was wir alles machen. Und ich war zutiefst beeindruckt über die Vielzahl der Labore, über die Dokumentation, über die tausende von Proben, die an verschiedenen Stellen gelagert werden und war voll des Lobes. Nach dem zweiten Durchgang oder am zweiten Gedanken war dann mein Gedanke doch, lohnt sich dieser Aufwand? Und damit sind wir beim heutigen Thema. Die Guttenberg-Studie lohnt der Aufwand und ich würde nun Herrn Witt bitten, die weitere Führung und Moderation zu übernehmen und uns da aufzuklären, ob es sich lohnt. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Eine schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlichen Dank für die einleitenden Worte, mir klingen die Ohren. Ich hoffe, wir können Sie überzeugen, dass der Aufwand sich lohnt zur Guttenberg-Gesundheitsstudie und drei Kollegen werden mich heute noch unterstützen, um Ihnen aus verschiedenen Perspektiven zu erklären, warum wir denken, ja, das lohnt sich und das ist richtig. Als allererstes wollte ich ganz gern noch Herrn Junginger danken, dass wir die Möglichkeit haben, diese Studie heute vorstellen zu dürfen hier. Wo fangen wir an? Lohnt sich der Aufwand? Dann müssen wir erst mal kurz angucken, um welchen Aufwand geht es eigentlich? Ich wollte ganz kurz nochmal zusammenfassen, was machen wir bei der Studie und welche Aufwände entstehen da? Und dann die ersten Punkte, warum sich das Ganze vielleicht lohnt, aber meine Kollegen, die mir folgen werden, werden das dann sehr viel spezifischer für die einzelnen Bereiche noch berichten. Darf ich ganz kurz vielleicht fragen, hat jemand von Ihnen an der Guttenberg-Gesundheitsstudie teilgenommen? Darf ich an Handzeichen bücken? Ja, vereinzelt sehen wir, das stimmt. Ungefähr jeder 14. in der Altersgruppe, die wir haben, sollte teilgenommen haben, möglicherweise. Ich darf uns nichts dir bitten oder habe hier einen Pointer. Wunderbar. So, die Guttenberg-Gesundheitsstudie ist eine populationsbasierte Kohortenstudie. Bevölkerungsbasiert Kohortenstudie heißt, man untersucht die Leute über einen längeren Zeitraum und sie befasst sich mit verschiedenen Feldern in der Medizin. Einmal Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die häufigste Erkrankungs- und Todesursache bei uns, Erkrankungen des Immunsystems, der Psyche, Stoffwechselerkrankungen, Augenerkrankungen und inzidente Krebserkrankungen. Das, was die Bevölkerungsgesundheit am meisten belastet. Wenn man das nun repräsentativ machen will, bevölkerungsbasiert, gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Wir haben in Deutschland Einwohnermeldeämter und im Endeffekt muss man dort eine Stichprobe ziehen. Also haben wir zunächst erstmal gesagt, zu welchem Bereich wollen wir denn das tun? Und da haben wir uns ausgewählt, die Stadt Mainz selber und den Landkreis drumherum, Mainz-Bingen. Sie sehen hier die Verbandsgemeinden. Und im Jahr 2007, in dem wir angefangen haben und diese Stichprobe gezogen haben, wohnten in der Stadt ungefähr 200.000 und am Landkreis auch ein kleines bisschen mehr. Und in der entsprechenden, in allen Altersgruppen waren es etwa 400.000 Leute. Wir haben dann uns fokussiert, wir wollten die Leute ja über einen längeren Zeitraum, wollen wir sie beobachten, auf die 35- bis 74-Jährigen. Und Sie sehen anhand der Pyramide, da ist die Welt noch in Ordnung. Also es sind mehr Junge als alte Leute. Wir haben noch eine Pyramide, aber wenn wir das Ganze nach unten fortsetzen würde, würde sich das umdrehen. Und das ist unser Problem, was wir haben. Es werden immer weniger Jüngere und die Pyramide dreht sich um auf den Kopf. Also der Anteil an älteren Menschen wird steigen in den nächsten Jahren. Und aus dieser Gruppe, das waren insgesamt, ganz oben sehen Sie das, 210.000 Personen im Alter von 35 und 74 Jahren, haben wir dann die Stichprobe gezogen. 35.000 Leute nach bestimmten Kriterien. Das macht man damit genügend Personen von jedem Geschlecht, aus jeder Region, aus jedem Alter dabei sind. Und aus diesen 35.008 Leuten haben wir immer wieder kleine Stichproben nach denselben Kriterien gezogen, um am Ende 15.000 Teilnehmer zu haben. Um 15.000 Teilnehmer in die Studie zu bekommen, muss man 27.000 kontaktieren. Und von den 27.000 haben nicht 12.000 gesagt, nee, wir wollen nicht. Das waren nur etwa 5.000. Sondern man hat, die anderen Leute haben die Kriterien nicht erfüllt, waren zum Beispiel nicht in der Lage, ein Studienzentrum aufzusuchen, zu kommen, weil sie ans Bett gefesselt sind womöglich oder aufgrund einer anderen Erkrankung so einen Ort nicht aufsuchen können. Oder aber auch, dass Daten vom Einwohnermeldeamt zum Beispiel nicht richtig waren. Was ist das Ziel der Studie? Ganz einfach, wir wollen für den einzelnen Menschen besser vorhersagen, ob eine Erkrankung auftritt oder wie sie auch verläuft. Und dazu wollen wir ganz viele Faktoren mit berücksichtigen. Den Lebensstil, psychosoziale Faktoren, Umweltfaktoren, die schon messbare Erkrankung, die man als betroffene Person selbst vielleicht gar nicht spürt, aber die wir schon heutzutage mit den technischen Geräten messen können. Molekularbiologie bis ins kleinste Molekül und die Genetik mit berücksichtigen und all das zu dem, was wir bisher schon wissen. Wie ist das Ganze aufgebaut? Sieht ein bisschen schwierig aus. Zwei Jahre lang haben wir Vorstudien gemacht, 1.800 Leute untersucht, um alle Abläufe zu prüfen, zu testen, ob das funktioniert auch wirklich. Und dann haben wir im April 2007 begonnen, die Stichprobe in das Studienzentrum, die Leute einzubestellen. Insgesamt 15.000, die können natürlich nur nacheinander kommen, 3.000 in einem Jahr. Und das haben wir dann in den folgenden fünf Jahren gemacht. Im Studienzentrum jede Person fünf Stunden lang 10.300 variablen pro Person im Endeffekt erfasst, erhoben. Nach zweieinhalb Jahren haben wir uns telefonisch gemeldet, um zu wissen, was ist geworden mit der Gesundheit, wie ist den Leuten ergangen, wie war der Verlauf. Und haben dann nach fünf Jahren ab April 2012 die Leute wieder erneut einbestellt, jeden ins Studienzentrum. Also die erste Person, die hier gekommen ist, ist dort wieder gekommen. Und die letzte, die wird im April 2017 wieder ins Studienzentrum kommen. Ein paar gehen natürlich auf dem Weg dorthin leider verloren. Wir haben 3%, 3,8%, die nicht mehr wollen, aus den verschiedensten Gründen. Wir haben Leute, die nicht mehr in der Lage sind zu kommen. Und wir haben natürlich auch welche, die verstorben sind oder vielleicht verzogen. Und schon begonnen ist ein Telefonat nach siebeneinhalb Jahren, wo wir wieder gucken, wie ist die Gesundheit verlaufen. Und April 2017 werden wir die Leute wieder ins Studienzentrum holen und weiter untersuchen. Das ist derzeit schon in Vorbereitung. Was machen wir? Schrecklich viele Untersuchungen. Das geht ganz vorne los bei den Medikamenten und Blutdruckmessungen, Lungenfunktionen, viele Herz-Kreislauf-Untersuchungen. Das Auge, das Gedächtnis wird untersucht, aber auch in vielen Fragebögen und Befragungen unterschiedlichsten Dinge, die wir nicht mit einem Gerät messen können. Nämlich die Geschichte der Leute, die Berufsanamnese, die Umweltbedingungen, die Wohnbedingungen, wie lebt der Mensch, wie arbeitet der Mensch, wie verhält er sich mit der Gesundheit, wie ist die Familie betroffen, was für Beschwerden hat er, was für Erkrankungen, wie oft nimmt er denn medizinische Hilfe in Anspruch. All das, was unsere Gesundheit beanflussen kann. Und das, was womöglicherweise in einer persönlichen Interviewsituation verzerrt sein könnte, wir Männer sind da zum Beispiel manchmal anfällig für. Das fragen wir mit Fragebögen ab. Nämlich, wenn man Männer in meinem Alter fragt, wie das so ist mit der körperlichen Aktivität, dann gibt es so ein paar von uns, die neigen dazu, acht Tage die Woche Sport zu machen. Und wenn wir die dann noch fragen, wie viele Überstunden wir machen oder wie viel wir arbeiten und dann noch unseren Sport dazuzählen, dann können wir fast gar nicht mehr schlafen, weil es halt gesellschaftlich anerkannt ist, wenn man sehr viel arbeitet und sehr viel tut und körperlich aktiv ist. Und aber auch andere Dinge zur Persönlichkeit, zu Angststörungen, Depressionen, wo Professor Michal nachher noch berichten wird. Und ja, einige Dinge, die durch den Fragebogen besser beantwortet werden. Und dann noch hinzu das Sammeln von Biomaterial. Das eröffnet uns ganz neue Fenster. Wir können heutzutage das gesamte Genom untersuchen. Wir können alle Eiweiße im Körper untersuchen, die ganzen einzelnen Bausteine. Und dazu gewinnen wir den Saft des Lebens, Blut, ungefähr 115 Milliliter, wie Sie sehen, also ein Fünftel circa einer Blutspende. Und aus diesem Material wird alles isoliert, was wir verarbeiten können. Die Flüssigkeit, die Zellen, das Erbgut, das, was aus dem Erbgut abgeschrieben wird. Und unter anderem aber auch 52 Laborwerte, die dem Teilnehmer sofort mitgegeben werden. Dieses Material, wie Professor Junginger schon sagte, wird in der Biobank eingelagert. Derzeit sind das für die Gutenberg-Gesundheitsstudie circa drei Millionen Bioproben unterschiedlichster Qualitäten, die dort einlagern und für spätere Untersuchungen zur Verfügung stehen und jetzt auch schon sehr rege untersucht werden. Das Ganze ist nur dann interessant, wenn wir wissen, was ist aus der Gesundheit geworden. Und wir nennen das Outcome, neumodisches Wort. Also was ist eigentlich passiert? Welche Erkrankungen sind aufgetreten? Und nach diesen forschen wir ganz besonders. Aber generell nach jeglicher Krankenhausaufenthalt, nach jeglichem medizinischen Kontakt, Kontakt nach jeglichen Beschwerden, die aufgetreten sind. Manches davon recht häufig, Rückenbeschwerden zum Beispiel. Und all diese Sachen müssen nachrecherchiert werden. Wir holen dazu die Einwilligung ein, dass wir von den behandelnden Ärzten die Unterlagen einsehen dürfen und für die Studie eben erfassen dürfen. Und das ist sehr aufwendig. Die Teilnehmer haben ein Studientagebuch dazu, in dem sie meistens alles eintragen. Nicht jeder ist da fleißig, aber ganz viele doch. Und mit den anderen versuchen wir das dann im Interview einzeln noch alles zu erfassen. Und dann wird das Ganze eingeholt. Was tun wir dazu? Nach zweieinhalb Jahren von zehntausend Leuten, um mal eine Vorstellung zu bekommen, was denken Sie, wie viele Menschen davon waren im Krankenhaus. Nach nur zweieinhalb Jahre, 35 bis 74, von zehntausend Personen. Fast zweitausend. 1.940 Krankenhausaufenthalte von 1.400 Personen. Ein paar waren mehrfach da. In der Reha, nach nur zweieinhalb Jahren, 105 immerhin. Ein Prozent der Leute. Und leider sind die natürlich nicht alle in einem Krankenhaus gewesen, sondern in 174 verschiedenen Kliniken, die dazu kontaktiert werden müssen. 40 Prozent an der Unimedizin, 17 Prozent im KKM, aber immerhin noch fast die andere Hälfte in anderen Kliniken. Wie läuft so ein Studienzentrum ab? Jeden Tag von 7 Uhr bis 21 Uhr ist Betrieb. Um 7 Uhr kommt der erste Teilnehmer und geht um 13 Uhr nach Hause. Und die letzte Person kommt um 15 Uhr und geht um 21 Uhr. Sechs Stunden sind das jetzt pro Patient in der Verlaufsuntersuchung. 18 Leute pro Tag, 86 in der Woche und 3.600 im Jahr. Was hat der Teilnehmer davon? Am Ende bekommen Sie alle Untersuchungen, die medizinisch relevant sind, mit nach Hause zur Besprechung mit dem Hausarzt. Wir selber wollen dabei nicht intervenieren, sondern wollen das Gesundheitssystem natürlich selbst arbeiten lassen. Aber dennoch wird da jede Menge erkannt und da komme ich gleich zu. Und das sind natürlich sehr viele Leute. Also Sie können mir glauben, der Aufwand ist enorm. Solche Punkte wie Datensicherheit, das ganze Wissensmanagement, 5 Gigabyte Daten pro Person sammeln wir mit den Bilddaten, den Monomdaten. Die ganze Logistikorganisation, die Qualitätskontrolle. Hier wird ein EKG nicht wie beim sonst beim Arzt im Krankenhaus durch Anlage der Elektroden geschrieben, sondern mit einem Lineal genau vermessen, wo die Elektroden hinkommen, damit nach fünf Jahren die wieder an der gleichen Stelle positioniert werden. Das heißt, der Standard ist noch ein bisschen höher als in den Krankenhäusern, in der medizinischen Behandlung, damit wir wirklich nach fünf Jahren den definitiven Verlauf untersuchen können. Und lohnt sich das Ganze nun wirklich? Was können die Biodatenbanken denn nun wirklich leisten, so eine Bevölkerungsstudie? Sie kennen alle vielleicht die klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren. Ich komme aus der Herz-Kreislauf-Richtung, darum habe ich sie mal so genannt. Wenn man es genau nimmt, dann sind sie auch Risikofaktoren für viele andere Erkrankungen, den Krebs oder auch psychische Erkrankungen. Übergewicht, Rauchen, Bluthochdruck. Ein genetischer, ganz simpler Test. Es ist in der Familie die positive Familienanamnese hinsichtlich einer Erkrankung. Da kommt gehäuft ein Herzinfarkt vor, ein Schlaganfall, Bluthochdruck, Diabetes. Höheres Alter, das ist ziemlich uncharmant. Ehrlich gesagt, subsumieren wir Mediziner darunter immer noch all das, was wir nicht kennen. Umso älter man ist, umso wahrscheinlicher ist, dass im Leben irgendwas auf einen eingewirkt hat oder dass man was ausgesetzt war und sei es der Fluglärm in Mainz, was einem dann vielleicht krank macht im Alter über viele, viele Jahre hinweg. Männliche Geschlecht, wir wissen, wir haben ein X- und ein Y-Chromosom und die Frauen sind etwas besser geschützt mit den Doppel-X vor vielen Erkrankungen, Fettstoffwechselstörungen und Diabetes. Und wie sieht es dazu aus in der Mainzer Bevölkerung? Das Erste, was die Biodatenbank leisten kann, Rauchen zum Beispiel. Wir wissen, junge Leute, hier sehen Sie die Häufigkeit, hier in der lokalen Bevölkerung sind nicht so vernünftig. In den jüngeren Dekaden, hier bis zum Alter von 55, raucht fast jeder Vierte. Und wenn man dann etwas älter wird, kommt die Vernunft, vielleicht auch die eine oder andere Erkrankung, die einem zum Aufhören zwingt, dann nimmt das Ganze ab. Aber durch die Verlaufsuntersuchung können wir jetzt sehen, ob das Ganze dann auch effektiv ist am Ende. Wir haben ja einige Maßnahmen ergriffen gesetzlicher Natur, um Raucher und Passivraucher zu schützen und wirkt das Ganze auch. Und wenn man sich das hier im Zeitverlauf anguckt, dann sieht man, bei den Männern ist es zu einer deutlichen Abnahme seit 2008 bis 2013 gekommen. Aber Sie sehen, bei den Frauen sind wir noch nicht so erfolgreich. Da zackelt das noch ziemlich auf einer Linie. Übergewicht. Wir sind Weltmeister im Fußball und Europameister in der Fettleibigkeit. 25 Prozent sind fettleibig und haben damit einen sogenannten Body Mass Index, der wird aus Körpergewicht und Körpergröße gerechnet, über 30. Verbunden mit vielen Erkrankungen. Nur 33 Prozent unserer Bevölkerung in dieser Altersrange hat noch Normalgewicht. Bluthochdruck. Gut bekannt, lange bekannt, gut behandelt. Wenn wir uns das genau angucken. Beim Bluthochdruck ist nur in einem Viertel der Fälle richtig eingestellt. Die Hälfte der Blutdruckpatienten ist nicht richtig eingestellt und bei einem Viertel aller Leute mit Bluthochdruck ist die Erkrankung gar nicht bekannt. Also noch einiges zu verbessern. Diabetes. Der Zucker. Alterszucker, jetzt hier nur untersucht, der Typ 2 Diabetes. Sie sehen, dass ungefähr bei 8 Prozent der Diabetiker die Erkrankung nicht bekannt ist. Und fasst man noch die Vorstufe mit dazu, den sogenannten Prädiabetes. So kommen wir auf eine Zahl, dass 10 Prozent bei jedem Zehnten in der Bevölkerung liegt entweder eine nicht diagnostizierte Diabeteserkrankung oder ein Prädiabetes vor. Gucken wir dann alle Faktoren, die ich Ihnen gerade aufgelistet habe, nochmal zusammen an. Bluthochdruck hat jeder Zweite. Diabetes jeder Fünfzehnte. Rauchen tut jeder Fünfte. Adipositas jeder Vierte. Die Fettstoffwechselstörung jeder Dritte bis Vierte. Und jemand in der Familie haben, der einen Herzinfarkt hatte von den nahen Angehörigen, immerhin jeder Sechste. Also noch einiges zu tun. Aber wissen wir dann schon alles und lohnt sich dieser ganze Aufwand, um das zu untersuchen. Wissen wir wirklich alles? Herzinfarkte können nicht durch klassisch, durch diese Risikofaktoren nicht allein erklärt werden. Wir wissen, dass das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, eine Ursache für den Herzinfarkt ist. Aber wenn man sich da mal anguckt, hier 122.000 Patienten mit dem Herzinfarkt, dann sieht man, dass 20 Prozent hier Westeuropa der Frauen und 22 Prozent der Männer gar keinen Risikofaktor hat beim Herzinfarkt. Wenn die vorher zum Arzt gehen und fragen, habe ich ein höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen? Ich möchte mich durchchecken lassen. Dann muss der sagen, nach heutigem Wissen, alles in Ordnung. Machen Sie weiter so. Ich sehe da kein Problem. Es ist aber jeder fünfte Herzinfarktpatient. Und wenn wir dann noch die nehmen, wo nur ein kleiner Faktor vorliegt, dann sind das immerhin dann zusammen schon 60 Prozent der Leute, wo wir das nicht so gut vorhersagen können. Es bleibt also noch was zu tun und es muss noch irgendwas Zusätzliches geben. Und genau da können nun Biodatenbanken ansetzen. Dazu noch drei einzelne Beispiele. Generell erst mal, wenn wir Volkserkrankungen untersuchen. Die meisten Volkserkrankungen entwickeln sich in der Regel über viele, viele Jahre, machen lange keine Beschwerden, wir können sie aber schon messen, sind multikausal, also haben ganz viele verschiedene Ursachen und Faktoren, die sie bedingen, verlaufen bei jedem Menschen ein bisschen anders und sind in ihrem Auftreten und Verlauf aber beeinflussbar. Und genau dafür ist es eben wichtig, wenn ich auf den Einzelnen fokussieren will, ganz viele zu untersuchen. Noch an einem Beispiel erklärt, die Gefäßverkalkung, die sogenannte Atherosklerose, hat eine enorm lange Zeitachse. Wir können heutzutage an einem Stadium, wo das Endothel, die Gefäßinnenhaut verändert ist, schon beim Kind Unterschiede messen davon, ob es vielleicht höhere Blutfette hat, ob es Passivrauchen ausgesetzt ist. Und wann wird das Ganze denn wirklich ein Patient, den wir im Gesundheitssystem sehen? Das ist erst hier ganz zum Schluss, denn über einen langen Zeitraum macht diese Erkrankung keine Beschwerden und ganz zum Schluss erst treten diese auf. Dann kommen die Erkrankungen, Angina pectoris, Herzinfarkt, Schlagerfall, das Raucherbein oder auch Leute versterben schon und hier wird das Ganze erst ein Patient, den wir im Gesundheitssystem dann eigentlich sehen. Und da ist die Stärke der bevölkerungsbasierten Studie, wir können die Erkrankung von ganz vorne bis hinten im Kontinuum untersuchen, denn hier sind Leute mit dabei, die sind schon wirklich krank und Leute, die sind noch ganz gesund. Wenn man dann beispielhaft Leute mit niedrigem Risiko aussucht, das sind die, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, keinen einzigen Risikofaktor, aber einen Herzinfarkt bekommen, dann haben wir die mal in der Studie angeschaut, 40 bis 65 Jahre, junge Leute und haben alles ausgeschlossen, darf keine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, kein Diabetes, die Niere muss gut sein, keine Medikamente, die irgendwie gegen die Risikofaktoren sprechen, der Blutdruck darf nicht unkontrolliert sein. Und wenn wir mit unseren technischen Geräten heute schauen, ob da schon ein Organschaden da ist, dann sehen wir, dass bei 30 Prozent der Frauen und bei 40 Prozent der Männer, die eigentlich niedrig Risiko sind, so ein Organschaden schon messbar ist. Das sind bei den Jüngeren natürlich deutlich weniger, aber Sie sehen bei den 60 bis 65-Jährigen immerhin schon zwei Drittel der Personen. Ein Drittel aller niedrig Risikopersonen in der Bevölkerung haben bereits einen asymptomatischen Organschaden und vielleicht ist es das, was den Unterschied mit ausmacht. Eine weitere Sache, Gerinnungsfaktoren, weil wir das Zentrum für Thrombose und Hermostase haben. Sie wissen vielleicht, in unserem Blut haben wir ein Gleichgewicht, wenn es in die eine Richtung ausschleicht, dann kommt es zum Thrombose, zum Gerinnsel, wenn es in die andere Richtung ausschlägt, zur Blutung. Und das muss immer im Gleichgewicht halten. Meist haben wir in der Bevölkerung das Problem, dass sich zu leicht Thrombosen bilden. So beim Herzinfarkt, beim Schlaganfall, bei der Lungenembolie, bei der Beinvenenthrombose. Und ein Parameter, der eine entscheidende Rolle mitspielt, ist das sogenannte Dedimer. Ein Abbauprodukt von einem Gerinnsel. Das kennen wir aus der klinischen Praxis. Ich hoffe nicht, dass Sie schon mal eine Beinvenenthrombose oder eine Lungenembolie hatten, aber wenn das der Fall ist, dann wird der sogenannte Dedimer-Wert gemessen. Und für den Mediziner ist dieser berühmte Wert von 500 ein Cut-Off, um einem anzuzeigen, ja, kann wahrscheinlich sein. Oder der Wert ist unterhalb, dann ist er sozusagen normal und es liegt wohl keine Thrombose vor. Und Sie sehen, wenn man sich das Überleben anguckt, das geht deutlich auseinander. Nun macht die Medizin sich es aber, um es praktisch durchführen zu können, oft einfach. Das sind die Gesunden, das sind die eher kranken. Wenn wir uns diesen Wert mal weiter angucken und das aufteilen in der Bevölkerung, dann sehen wir wieder, eingeteilt in vier gleich große Gruppen, dass auch hier weiter das Überleben noch mit abhängt. Also umso niedriger der Wert, umso genauer. Das heißt, das, was vermeintlich heutzutage normal ist, kann man auch nochmal deutlich weiter aufspalten und aus dem Wert noch Informationen für ein Gesamtrisiko rausziehen. Und das gilt jetzt nicht für diesen einzelnen Wert alleine, sondern für ganz viele verschiedene Parameter, die wir im Körper messen können. Und all das zusammen wollen wir integrieren, um eben Verlauf der Gesundheit der Erkrankung vorherzusagen. Sogenanntes Deep Phenotyping sagen wir in der Wissenschaft. Wir versuchen, alle verschiedenen Ebenen mit einzuschließen. Die Gene, all das, was danach passiert, wenn von den Genen abgeschrieben wird und die Bausteine des Körpers produziert werden, die Genexpressionen, das Proteom, aber auch die Umwelt, Lebensstil, psychosoziale Faktoren, all das, was wir schon messen können. Und das gemeinsam soll dann uns helfen, die Erkrankung besser vorher zu sein. Nicht nur eine Exposition, der Fluglärm alleine macht krank, sondern wir wissen, wenn der Fluglärm in der richtigen Konstellation einwirkt, die richtigen weiteren Faktoren vorliegen, dann werden wir krank. Es gibt bestimmte Leute, die sind at risk, im Risiko und welche, die sind es nicht. Und wenn wir das Ganze untersuchen, dann machen wir das in der Regel in großen Konsortien, denn da reichen selbst die Daten aus Mainz dann zusammen nicht aus. Wir legen zusammen. Sie sehen, das gibt es auf nationaler Ebene, das gibt es auf europäischer Ebene, das gibt es aber auch weltweit. Und ein Beispiel dafür noch, das ist ein komplizierter Analyseplan, was ich Ihnen nur zeigen will, wir haben hier untersucht die kardiale Struktur und Funktion. Wie ist das Herz beschaffen und wie funktioniert es? Und welche Gene sind dafür verantwortlich? Und wir haben hier zusammengeschlossen weltweit 17 und nochmal 21 verschiedene Kohortenstudien, wie die Gutenberg-Gesundheitsstudie. Die werden dann in verschiedenen weiteren Studien hier unten 6 und 5 nochmal repliziert. Das sind wieder andere. Und insgesamt sind dann 38.000 und 46.000 Individuen, die mit ihren Daten dazu beitragen, um das Ganze zu untersuchen. Wir haben in der Tat zehn neue Gene gefunden, die dafür verantwortlich sind und haben das dann noch in unterschiedlichen Ethnien wiederholt, bei Kindern und verschiedenen Krankheitsbildern. Und was dann am Ende rauskommt, sind zum einen die neuen Gene, die wir dann mit einer amerikanischen Gruppe weiter untersucht haben und das sind nun Ansatzpunkte, wo wir Medikamente entwickeln können, wo wir vielleicht neue Methoden zur Diagnose von Erkrankung frühzeitig feststellen, um Erkrankung frühzeitig feststellen zu können, definieren können und daran arbeiten wir jetzt im Moment. Was wir dann untersuchen, ist nicht nur das Genom und die Erkrankung, sondern der ganze Weg dorthin. Also wir können Krankheitsmechanismen verstehen. Nicht nur, dass sie häufiger auftreten, sondern darüber erklären, wie das Ganze funktioniert. Und zu guter Letzt können wir die Daten nutzen, um sie mit Kohorten von erkrankten Personen, mit Daten von erkrankten Personen zu vergleichen und haben dann immer altersgeschlechtsspezifisch, sehen wir, wie ist das eigentlich in der Bevölkerung und wie ist es bei einer Person, die von einer bestimmten Erkrankung betroffen ist. Dazu haben wir verschiedenste Kohorten in Mainz bereits aufgebaut. Ich darf zusammenfassen. Bevölkerungsbasierte Biodatenbanken-Kohortenstudien erfassen den aktuellen Zustand und den Verlauf der Bevölkerungsgesundheit, um auch zum Beispiel Gesundheitspolitik steuern zu können, geben einen Einblick in die Mechanismen und die Ursachen von Erkrankung. Sie ermöglichen systemorientierte und systemübergreifende Untersuchungen. Das war zum Schluss den Mechanismus zu entschlüsseln und damit interdisziplinäre Forschung. Sie sind zeitsparend und kostengünstig, denn wenn ein neuer Marker auf den Test kommt, eine Firma sagt, sie hat einen tollen neuen Test, dann können wir aus den Kühlschränken mit den Daten diesen Marker messen und sofort das Ganze überprüfen. Das dauert dann nicht mehr Jahre, sondern vielleicht noch ein, zwei Monate. Und sie helfen dabei, neue Marker, neue Risikofaktoren zu identifizieren und damit neue Diagnostik und Z-Therapie zu entwickeln. Und etwas mehr aus der Vogelperspektive, sie sind ein wichtiges Instrument für die Forschung im 21. Jahrhundert, sind die Grundlage für individualisierte Medizin und sie tragen wesentlich zur Medizin von heute und morgen bei. Vielen Dank. Gibt es soweit eine Frage zur Gutenberg-Gesundheitsstudie? Ja. Eine große Verzerrung kriegen wir nicht rein. Also es sind ungefähr 0,9 Prozent und für diese schwerkranken Personen ist so ein Studiendesign nicht geeignet. Da würden Sie ausschließlich diese Leute, die von der jeweiligen Erkrankung betroffen sind, untersuchen. Denn die sind zu selten in der Bevölkerung, um sie zu untersuchen. Ja? Das ist ein erstaunlicher Befund, aber wurde so erklärt, dass heutzutage bei uns die gesundheitliche Versorgung so gut ist, dass also akut Erkrankte genauso gut therapiert werden können wie solche, die also prospektiv schon irgendwie vorher untersucht werden. Das ist das eine Problem. Das andere ist sicherlich, haut in die gleiche Kerbe, trotz aller Vorsorgeuntersuchungen ist die Krebssterblichkeit ungefähr unverändert geblieben. Obwohl das einem nicht einleuchtet, aus vernünftiger Mensch sagt man, das muss doch irgendwie bringen, aber es bringt offensichtlich nichts von der Statistik her. Könnten Sie vielleicht dazu ganz kurz kommentieren? Das ist ehrlich gesagt ein abendfüllendes Thema, aber ich bemühe es ganz kurz zu beantworten. Also generell ja, es ist richtig, wir haben in manchen Bereichen in der Medizin das Problem, dass wir sehen, dass Vorsorgeuntersuchungen nicht viel gebracht haben. Es ist aber nein, es ist nicht richtig, das gilt nicht für alle Bereiche. Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass in den letzten 20 Jahren die Frauen 4,8 Jahre an Lebenserwartung gewonnen haben, die Männer 5,7 Jahre und das ist zu ungefähr der Hälfte der verbesserten Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verdanken. Auch dieser klassischen Risikofaktoren, die ich Ihnen gezeigt habe. Es ist noch viel zu tun, aber es ist deutlich besser geworden und das hat dazu beigetragen, dass die Leute weniger Herzinfarkte bekommen, weniger Schlaganfälle. Das ist tatsächlich so, es nimmt ab. Es ist aber auch so wahr, dass wir sehr viel noch nicht wissen und noch verbessern müssen. Das war das, was ich Ihnen versucht habe zu zeigen. Es gibt noch ein großes Loch und wir können sicher die Prävention noch weiter verbessern. Vielleicht eine letzte Frage, am Ende werden wir noch ganz viel Gelegenheit haben. Ich habe in den 70er Jahren eine Doktorarbeit an der Kinderpathologie, wo nachgewiesen wurde bei Verunfallten zu zwölfjährigen Kindern, dass die Verteilung der Arteriosklerose exakt des älteren Alters entspricht. Also die Druckwellen der Arter und so weiter. Keine Schollesterienerhöhungen und sonst was. Es muss also noch wirklich eine entscheidende andere Quelle dafür da sein, dass Arteriosklerose entsteht. Haben Sie da neuere Ansichten? Also es ist richtig, die Verteilungsmuster sind zum einen genetisch festgelegt. Wir wissen von den Koronar-Arterien, dass wir genetisch festgelegte Verengungen haben, die wir vor allen Dingen in den proximalen Gefäßen finden. Und das zweite ist, bei den Kindern, zum Beispiel bei den Zwölfjährigen, ganz viel haben sie an der Baucherorder. Das ist schlichtweg da, wo sie den meisten Druck auf den Gefährten haben, die meisten Scherkräfte. Wer aber nun gefährdet ist, eine Arteriosklerose im Vollbild zu entwickeln und wer damit ein glückliches Leben verbringt, ohne dass ihn die Erkrankung weiter beeinträchtigt, denn Arteriosklerose können wir in mehr oder weniger ausgeprägten Maß bei jedem Menschen irgendwann messen, das ist noch ein Rätsel, das wir versuchen zu lösen. Es gibt ganz viele verschiedene Erklärungen, verschiedene Ansätze, das Entzündungssystem spielt eine große Rolle, unsere Immunabwehr spielt eine große Rolle, auch das Gerinnungssystem spielt eine große Rolle, aber wie das genau verläuft, da sind wir noch dabei. Okay, dann würde ich zum nächsten Thema kommen. Der nächste Vortragende spricht über psychosomatische Erkrankungen. In der Bevölkerung, der Volksmund weiß das schon, unser Herz blutet, es trifft uns im Herz, es schlägt uns auf den Magen, seelische Erkrankungen sind ganz entscheidend für unsere Gesundheit, für den Verlauf von Erkrankungen. Und ich freue mich, dass Matthias Michal heute Abend gekommen ist. Er ist stellvertretender Direktor der Psychosomatik und Psychologie, hat eine Professur für Psychokardiologie, darum arbeiten wir auch ganz viel zusammen. Und ich freue mich, dass er heute zu dem Thema seelische Gesundheit und psychosomatische Wechselwirkung sprechen wird. Ja, vielen Dank für die Ankündigung und vielen Dank auch für die Einladung und für die Gelegenheit, bei der Gutenberg-Herz-Studie mitzuarbeiten. Das ist für uns ganz interessant, weil wir eigentlich immer sehr dicht an einzelnen Patienten arbeiten. Psychotherapie ist ja was sehr personenintensives, 50 Minuten Patientenkontakt. Mehr als 8 Patienten kann man da kaum sehen. Bei der Gutenberg-Gesundheitsstudie ist das ein ganz anderer Blickwinkel und der ist sehr bereichernd auch für unsere Arbeit. Und ich würde Ihnen gerne jetzt ein paar Befunde vorstellen, die wir bisher gemeinsam mit den Kollegen von der Kardiologie und den anderen beteiligten Kliniken erheben konnten. Ja, erstmal vielleicht das Wichtigste, wie häufig sind überhaupt seelische Erkrankungen, und zwar jetzt nicht nur in der Allgemeinbevölkerung, sondern es rückt schon ein bisschen näher ran, quasi in unserer Nachbarschaft, hier in Mainz-Bingen. Und was Sie hier sehen, ich führe Sie mal durch dieses Bild, ist einmal hier die Häufigkeit der Depression. Der blaue Balken zeigt in der Allgemeinen der Stichprobe an, also 35 bis 75 Jahre alt, etwa 7 Prozent. Und hier der rote Balken, das sind die Jüngeren, 35 bis 49 Jahre alt, der grüne Balken 50 bis 64 Jahre, und hier die Personen älter als 65 Jahre, der lila Balken. Was Ihnen auffällt, ist, das ist erstmal relativ häufig, ja, und es nimmt irgendwie ab. Das heißt, Depressionen sind bei den Jüngeren irgendwie häufiger als bei den Älteren, und das sehen Sie bei den anderen häufigen seelischen Erkrankungen auch. Hier die soziale Angststörung, darunter versteht man ein Krankheitsbild, wo man Angst hat, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, wo man dann ganz nervös wird, oder solche Situationen auch vermeidet. Etwa auch 7 Prozent die Häufigkeit in der Allgemeinbevölkerung. Und bei denjenigen, die im Berufsleben stehen, etwa so acht oder neun Prozent, und das ist schon viel, weil das eine sehr belastende Erkrankung ist, die auch im Beruf, wenn man Vorträge halten muss, bei Meetings sprechen muss, für viele Menschen mit sehr viel Stress verbunden ist, was zum Beispiel dazu führen kann, dass man sich versucht, mit Alkohol zu beruhigen, oder Benzodiazepine nimmt, die eigentlich nicht erlaubt sind. Dann die Panikstörung, also ein plötzlicher Anfall von Angst, auch relativ häufig, und hier die generalisierte Angststörung. Auch hier sehen Sie wieder diesen Altersgradienten. Unter generalisierter Angststörung versteht man ein Krankheitsbild, das nennt man auch die Sorgenkrankheit, das heißt, man macht sich ständig wegen irgendwas verrückt, finanzielle Sorgen, die übertrieben sind, nicht angemessen, oder wegen den Kindern, die jetzt gerade mal fünf Minuten zu spät kommen, dann sieht man die gleich, dass sie überfahren wurden. Man macht sich ständig Sorgen, verliert sich drin, kann sich schwer beruhigen und ist deswegen ständig nervös und ängstlich. Und hier insgesamt, das ist etwa die vier Wochenprävalenz oder aktuelle Prävalenz von diesen seelischen Erkrankungen. Sehen Sie etwa so 17 Prozent, das entspricht auch anderen Erhebungen in Deutschland. Und auch hier sieht man diesen Altersgradienten. Die Typ-D-Persönlichkeit ist jetzt in dem Sinne keine seelische Erkrankung, aber in der Psychokardiologie spielt das eine große Rolle, weil es bei Patienten oft mit einem, oder in sehr vielen Studien, mit einer schlechten Prognose bei Patienten mit der koronalen Herzerkrankung assoziiert ist. Und hier in der Allgemeinbevölkerung, Entschuldigung, da gibt es kaum Untersuchungen dazu, sehen Sie die Prävalenz von etwa 22 Prozent und auch wieder den Altersgradienten. Wie wird nun, wir werden nun seelische Erkrankungen erfasst? Da möchte ich Ihnen einen Fragebogen vorstellen, und zwar den PHQ-9. Das ist ein international gebräuchlicher Fragebogen, der auf der ganzen Welt eingesetzt wird, sodass man sehr gut auch unsere Daten mit denen aus anderen Ländern und anderen Regionen vergleichen kann. Der wird auch in der Klinik verwendet, um die Schwere einer Depression zu diagnostizieren und um den Verlauf einer Behandlung zu monitoren. Wir gehen die Items mal gerade durch. Wie oft fühlten sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Und dann kann man ankreuzen, überhaupt nicht, an einzelnen Tagen, an mehr als der Hälfte der Tage oder beinahe jeden Tag. Und dann werden die wichtigsten Symptome der Depression aufgeführt. Wenig Interesse oder Freude an ihren Tätigkeiten, also ein Hauptsymptom der Depression. Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit, das zweite Hauptsymptom der Depression. Dann hier Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben, das dritte Hauptsymptom. Davor noch die Schlafstörungen, die auch ganz typisch sind für eine Depression. Appetitlosigkeit, Versagensgefühle, Konzentrationsstörungen oder dass man verlangsamt ist oder motorisch ganz unruhig. Und zuletzt noch die Gedanken an den Tod oder Suizidgedanken. Das hatten wir auch schon mal einzeln ausgewählt, dieses Item, weil es ja ganz interessant ist und wichtig ist. Und da haben wir gefunden, dass etwa sieben Prozent der Bevölkerung auch unabhängig davon, ob sie jetzt depressiv sind oder nicht, in den letzten zwei Wochen Suizidgedanken hatten. Ja, Depression. Der Zusammenhang zwischen Depression und kardiovaskulären Erkrankungen wird schon seit vielen Jahren untersucht. Aber nicht in so großen Studien, wie man das hier in Mainz jetzt machen kann. Und es gibt unterschiedliche Hypothesen, wie die Depression die Atherosklerose fördert. Das sind drei verschiedene Bereiche. Der eine Bereich, der spielt wahrscheinlich die größte Rolle, ist, dass Depression in der Regel auch mit einer ungesunden Lebensführung verbunden ist. Patienten mit einer Depression rauchen häufiger, sie bewegen sich weniger und neigen auch oft dazu, sich nicht gesund zu ernähren. Die können einfach nicht so gut auf sich achtgeben. Und dadurch kann das Auftreten der Atherosklerose gefördert werden. Ein anderer wichtiger Punkt ist noch, und das ist quasi ein Weg der direkten Vermittlung, dass die Depression quasi ein biologischer Stresszustand ist. Bestimmte Hormone, das Sympathikotonus ist verstärkt, Parasympathikus vermindert. Das kann dann zu einem Zustand von chronischer Inflammation führen, sodass auch direkt die Atherosklerose gefördert werden kann. Oder auch die Blutgerinnung gesteigert sein kann. Und ein letzter Punkt ist noch das gestörte Krankheitsverhalten. Und da hat man gefunden, dass eben Patienten, die depressiv sind, oft größere Schwierigkeiten haben, Therapiearterant zu sein. Das heißt, gesund zu leben, die Medikamente regelmäßig einzunehmen. Und sie haben auch weniger Veränderungsressourcen. Wenn ich erkrankt bin, habe ich ja erstmal, ich muss mit dem Schock zurechtkommen, mit dem Herzinfarkt, mein Leben vielleicht neu ordnen. Und wenn ich depressiv bin, heißt es in der Regel auch, ich habe weniger Möglichkeiten, mein Leben zu ändern. Und hierzu möchte ich eine Studie vorstellen. Und zwar hatten wir da die Intima-Media-Dicke untersucht, die ja als eine Art von Surrogatmarker für die Atherosklerose gilt. Und hier sehen Sie diese Untersuchung mit dem Ultraschallgerät kann eben die Dicke der inneren und mittleren Schlagader am Hals gemessen werden. Und es kann auch festgestellt werden, ob Plaques vorhanden sind. Und was wir gefunden haben in einer, in der ersten Kohorte von 5000 Personen, jetzt allerdings im Querschnitt, das war eine erste Untersuchung, jetzt können wir auch im Längsschnitt untersuchen. Das ist natürlich noch viel wichtiger, weil hier weiß man immer nicht genau, es ist Henne oder Ei. Aber was wir gefunden haben, war eben Folgendes, dass Patienten, die berichtet haben, dass ein Arzt bei ihnen schon einmal eine Depression festgestellt hat, das waren etwa 17 Prozent, 11 Prozent in der Bevölkerung, dass die ein deutlich erhöhtes Risiko hatten, auch Plaques zu haben in der Halsschlagader und zwar ein dreifach erhöhtes Risiko. Die aktuelle Depressivität hier war nicht bedeutsam mit dem Vorhandensein von Plaques assoziiert, ebenso wie bestimmte Untersymptome der Depression. Und dieser Befund würde das quasi unterstreichen. Also Menschen, die früher schon mal eine Depression hatten, haben ein erhöhtes Risiko für die Atelosklerose, was ja als ein Vorläufer gilt, auch für einen Herzinfarkt oder die koronare Herzerkrankung. Eine andere Fragestellung geht jetzt sozusagen in die andere Richtung. Wie beeinflussen Lebensstil, kardiovaskuläre Risikofaktoren und Erkrankungen das Auftreten von seelischen Symptomen? Zuerst zeige ich Ihnen Befunde von einer Querschnittsuntersuchung, wo man jetzt nicht genau sagen kann, in welche Richtung geht der Zusammenhang. Danach zeige ich noch Befunde von einer Längsschnittsuntersuchung. Und zwar hier haben wir das Rauchen untersucht, was ja einer mit der häufigsten und schlimmsten verhaltensbezogenen und industriell vertriebenen Risikofaktoren ist. Und alle wissen, das ist irgendwie mit Krebs, kardiovaskulären Erkrankungen assoziiert und beschleunigt zu dem Tod. Was wir hier untersucht haben, war der Zusammenhang mit Depressivität. Und wir haben gefunden, dass Raucher ein 60% etwa erhöhtes Risiko haben, auch depressiv zu sein. Ein 50% erhöhtes Risiko für die Vordiagnose einer Depression. Und hier jede Zigarette, die man am Tag raucht, hat um 3% das Risiko erhöht, depressiv zu sein. Jetzt wissen wir nicht, in welche Richtung geht das. Rauchen die Depressiven quasi so als Helmsteilungsmethode, quasi als eine Art von Antidepressivum, einfach mehr? Oder gibt es andere Zusammenhänge? Diese anderen Zusammenhänge kann man in einer Längsschnittuntersuchung darstellen. Hier die erste Längsschnittuntersuchung, die wir gemacht haben, aus psychosomatischer Perspektive. Und zwar in einer Stichprobe von etwa knapp 10.000 Personen. Und wir haben jetzt nur diejenigen angeguckt, die bei Einschluss in die Gutenberg-Herz-Studie, bei Baseline, keine depressiven Beschwerden angaben und auch gesagt haben, bei mir wurde noch nie eine Depression festgestellt. Das waren etwa 72%, etwa 7.000 Personen. Zweieinhalb Jahre später, im Telefoninterview, wurden diese zwei Fragen gestellt nach den zwei Hauptsymptomen der Depression. Diesen Fragebogen, das ist eine kürzere Version von dem ersten Fragebogen, nennt man auch PHQ-2 und der wird übrigens auch von der American Heart Association als Routinescreening empfohlen bei allen Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen. Das war unser Endpunkt. Und zwar Patienten, die hier mindestens zwei Punkte haben, galten zweieinhalb Jahre später als depressiv. Das waren 14,1%, also nicht wenige, wo man kann sagen, eine Depression neu aufgetreten ist. Und jetzt haben wir geguckt, gibt es kardiovaskuläre Risikofaktoren, die mit dem Neuauftreten einer Depression zweieinhalb Jahre später assoziiert sind. Und was wir gefunden haben, war, was jetzt nicht ganz überraschend war, dass erste Personen mit kardiovaskulären Erkrankungen beim Einschluss in die Studie, das sind etwa 7,3% gewesen, haben ein 67% erhöhtes Risiko, nach zweieinhalb Jahren auch depressiv zu sein. Dann, und das hat uns dann schon überrascht, Personen mit atherosklerotischen Plaques, das waren 19,5%, hatten auch ein 33% erhöhtes Risiko, zweieinhalb Jahre später depressiv zu sein. Und vielleicht noch überraschender, die Intima-Media-Dicke, pro Standardabweichung sozusagen der Zunahme, die Person hatten ein 16% erhöhtes Risiko, eine Depression zu entwickeln. Und das ist, bitte Philipp, hilf mir, falls es falsch ist, aber fast so hoch auch der Zusammenhang wie mit der Entwicklung von kardiovaskulären Erkrankungen. Hier, das HDL-Cholesterin, das gute Cholesterin, das wirkte protektiv auf die Entwicklung einer Depression. Die hatten ein 9% pro Standardabweichung, niedrigeres Risiko. Das C-reaktive Protein, ein Entzündungsmarker, und man muss sagen, Personen mit so richtig starken Entzündungen, Lungenentzündungen und so weiter, die waren natürlich alle ausgeschlossen. Aber es gibt auch so leichte Erhöhungen vom CRP, die auch eine Art von Entzündung widerspiegeln. Auch die hatten pro Standardabweichung ein erhöhtes Depressionsrisiko. Adipositas war nicht damit assoziiert, aber das Rauchen wieder. Raucher bei Baseline hatten ein 36% höheres Risiko, die noch nie depressiv waren, im Verlauf depressiv zu werden. Und die körperliche Aktivität wirkte ebenso protektiv. Also Menschen, die in der Freizeit Sport gemacht haben oder sich irgendwie bewegt haben, das waren Gott sei Dank die meisten, hatten ein niedriges Risiko, eine Depression zu entwickeln. Nun zum Schluss, als Vorbereitung auf den Abschluss des heutigen Tages noch etwas kurz zum Thema Schlaf. Bin ich schon über die Zeit? Nein? Und zwar Schlafstörungen, auch mit diesem Fragebogen gemessen. Der ist aber sehr gut geeignet. Den hat man schon auch in Patientenstichproben erhoben. Nur mit dieser einen Frage haben wir Schlafstörungen erfasst. Und klinisch relevante Schlafstörungen liegen vor, wenn man hier zwei oder drei ankreuzt, also an mehr als der Hälfte der Tage Schwierigkeiten hat, ein- oder durchzuschlafen, oder vermehrt Schlafbrauch. Oder beinahe jeden Tag. Hier sehen Sie die Häufigkeit von Schlafstörungen. Insgesamt 20%. 10% gaben an Schwierigkeiten mit dem Schlaf an mehr als der Hälfte der Tage und weitere 10% beinahe jeden Tag. Also das ist extrem viel. 20% starke Schlafstörungen in der allgemeinen Bevölkerung. Und was Sie hier sehen, jetzt einfach nur mal grafisch dargestellt, ist der Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und dem Vorliegen einer koronaren Herzerkrankung. Hier die Häufigkeit der koronaren Herzerkrankung aufgetragen und hier die Schwere der Schlafstörungen. Menschen, die fast jeden Tag Schlafstörungen haben, haben viel häufiger auch eine koronare Herzerkrankung. Man kann auch kompliziertere Berechnungen anstellen, aber der Zusammenhang verschwindet nie. Umso schwerer die Schlafstörungen, umso häufiger liegt eine koronare Herzerkrankung vor. Und hier, das ist vielleicht ganz banal, trotzdem für die klinische Versorgung auch wichtig, etwas zur körperlichen Lebensqualität. In der Gutenberg-Gesundheitsstudie wird gefragt, wie schätzen Sie Ihren Gesundheitszustand ein, Ihren körperlichen? Und dann kann man sagen, gut, sehr gut, schlecht, sehr schlecht. Und schlecht und sehr schlecht ist jetzt sozusagen der schlechte Gesundheitszustand. Und der ist hier aufgetragen. Und hier sehen Sie, dass Menschen, die beinahe jeden Tag Schwierigkeiten mit dem Schlafen haben, zu 2 oder 43 Prozent, also viel häufiger als überhaupt nicht, auch über einen schlechten Gesundheitszustand klagen. Man kann jetzt diesen Zusammenhang auch noch korrigieren für das Vorliegen von ganz vielen körperlichen Erkrankungen. Für Adipositas, Depression und so weiter, der bleibt immer bestehen. Also auch unabhängig von körperlichen Erkrankungen verschlechtert der Schlaf ganz massiv das subjektive Gesundheitsempfinden. Und das ist natürlich das, was der Patient auch erst mal erlebt. Das macht seine Lebensqualität aus. Und vielleicht noch was Versöhnliches. Das wollte ich meiner Frau sagen. Weil meistens heißt es ja so, ich bin an Schuld, wenn sie schlecht schleift, weil ich zu viel gesägt habe in der Nacht oder so. Aber das stimmt nicht allgemein, sondern Leute, die einen Partner haben, Menschen, die einen Partner haben, haben in der Regel viel weniger Schlafstörungen. Also hier die Schwere der Schlafstörungen aufgetragen und hier die Häufigkeit einer Partnerschaft. Und Sie sehen, wie das abnimmt mit der Schwere der Schlafstörungen. Ich komme zum Schluss. Man kann sagen, stressassoziierte Symptome, wie zum Beispiel Schlafstörungen, das sind auch die häufigsten stressassoziierten Symptome in der Bevölkerung. Oder auch Erkrankungen wie Depressionen sind in der Allgemeinbevölkerung und unserer Nachbarschaft extrem häufig. Also richtige Volkskrankheiten eigentlich. Depressionen und Stress erhöhen auch das Risiko für die Entwicklung einer kardiovaskulären Erkrankung. Aber auch umgekehrt scheint es so zu sein, dass die normalen kardiovaskulären traditionellen Risikofaktoren das Auftreten von seelischen Erkrankungen erhöhen. Man kann sagen, dass körperliche und seelische Erkrankungen auch zum Teil gemeinsame Risikofaktoren haben. Und das ist natürlich für die Prävention ganz wichtig. Unsere Erkrankungen kann man weniger durch Pillen behandeln als vielmehr durch Verhaltensveränderungen. Und die brauchen natürlich spezifische Interventionen. Und ja, das wäre vielleicht eine Forderung, die man sagen kann. Das ist eigentlich ganz einfach, dass diese Stresssymptome einfach vielleicht auch häufiger identifiziert werden müssen. Und dann müssen natürlich auch entsprechende Behandlungen, niedrigschwellige Behandlungen implementiert werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Gibt es Fragen an Professor Michael? Nein, aber Adipositas wurde rausgerechnet. Ja, das ist natürlich ganz sicher. Aber wenn Sie gucken, die Häufigkeit von Schlafstörungen und die Häufigkeit von Schlafapnoe, das hat man ja schon untersucht, sind die psychophysiologischen, stressassoziierten Schlafstörungen viel häufiger. Sie haben uns viel von Risiken und Zusammenhängen berichtet. Sind das denn statistische Risiken oder wirklich ursächlich verknüpfte Risiken und Zusammenhänge? Ich habe den Eindruck, dass es meistens statistische Zusammenhänge sind. Das lohnt sich doch wohl, darüber mal nachzudenken, oder? Ja. Ich habe erklärt, wie die Depression Atherosklerose fördern kann. Und das ist auf jeden Fall ein statistischer Zusammenhang. Und man kann auch verschiedene andere Risikofaktoren rausrechnen. Und trotzdem bleibt ja dieser Zusammenhang bestehen. In dem Sinne wird es auch einen ursächlichen Zusammenhang geben. Allerdings haben Sie sicherlich auch recht. Und das hat ja auch Herr Professor Wild gezeigt, wie komplex eigentlich diese Zusammenhänge sind. Und dass es in unterschiedliche Richtungen geht. Und da ist Depression ja nicht nur einfach eine seelische Erkrankung, sondern die geht auch mit einer entsprechenden, also die Hauptrisikofaktoren für Depressionen sind ja jetzt nicht nur die Gene, oder viel weniger, als ein bestimmtes soziales Umweltfeld, in dem man aufwächst. Den Mangel an Liebe, viele Belastungsfaktoren, die man in der Kindheit hatte. Und niedriger sozioökonomischer Status. Und das ist auf jeden Fall so, dass Depressionen mit einem riskanten Gesundheitsverhalten stark assoziiert sind. Und dass Menschen, die eine Depression haben, große Probleme haben mit einem selbstfürsorglichen Umgang mit sich. Und das sind dann natürlich indirekte Pfade, wie die Depressivität, zum Beispiel was Rauchen, direkt die Gefäße schädigen kann. Und das sagte ich ja auch, das ist, denke ich, auch der Hauptweg, wie eine Depression das Herz schädigt. Aber trotzdem ist es ein wichtiger Risikomarker. Eine kurze Frage. Sagen Sie bitte, die Schlafstörungen sind doch hoch mit dem Alter korreliert. Also aus persönlicher Erfahrung, die sicherlich die Statistik nicht bekannt ist. Vor 55 hatte ich keine Probleme, dann fing das an und jetzt bin ich also über 80, jetzt schlafe ich nachts überhaupt nicht mehr durch. Fiegt das irgendwie nicht in Ihre Statistik ein Niederschlag? Ja, das kann man ja ganz einfach rausrechnen, das Alter. Das Alter und das Geschlecht Adipositas, Vorliegen einer Depression, Vorliegen einer kardavaskulären Erkrankung. Und diese Zusammenhänge bleiben immer bestehen. Wir werden in jedem Fall noch Möglichkeit zu fragen haben am Ende. Ich würde jetzt vorerst zum nächsten Vortrag kommen. Die Herz-Kreislauf-Erkrankung, häufigste Erkrankungs- und Todesursache. Und da gibt es nur einen in der Unimedizin, der das am besten vertreten kann. Professor Münzel, unser Direktor der Kardiologie und Angiologie. Er jagt nicht nur den Fluglärm und die Raucher, sondern er arbeitet auch schon viele, viele Jahre über die Gefäßfunktion. Das sogenannte Endothel, ein hormonahhängiges Organ, über das er sehr viel geforscht hat und viele Preise bekommen hat und über das er heute berichten wird, wenn er sein Bild bekommt. Wenn ich mein Bild bekomme, ja. Woran liegt das jetzt, dass das Bild nicht da ist? Ja, vielen Dank, Herr Wild, Herr Junginger. Als ich hergekommen bin, habe ich gedacht, ich kriege keinen Platz mehr, weil es geht ja um die Gutenberg-Gesundheitsstudie. Wie viele haben wir untersucht? 15.000. Wie viele sind da? 50.000, 60.000. Das sind vielleicht 100. Aber das ist schon enttäuschend, muss ich sagen. Da muss man sich überlegen, was muss man ändern, Herr Junginger. Das Thema ist attraktiv. Muss vielleicht eine Wurst umsonst geben? Weil bei der Nachverlesung bin ich mir relativ sicher, dass 50% nur wegen der Wurst und wegen dem Wein kommen. Okay, aber zumindest sind die, die da sind, interessiert und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Gut, es geht um die Bedeutung des Endothels für die Regulation des Gefäßtonus. Das ist für mich eine ganz wichtige Frage, weil ich nämlich schon 30 Jahre Endothelfunktion messe und es ist noch nicht als Tool in die Klinik eingeführt worden, um Risikostratifizierung zu machen. Also, als ich nach Mainz gekommen bin, 2004, habe ich dann zu Herrn Blankenberg, der damals mit die Gutenberg-Studie initiiert, gesagt, das ist jetzt das, was ich lösen möchte, bevor ich in Rente gehen möchte. Ich möchte wissen, ist die Endothelfunktion wichtig oder nicht. Wichtig ist auch, dass er es damals den Herrn Wild geholt hat und ohne Herrn Wild gäbe es keine Gutenberg-Gesundheitsstudie, muss man auch mal sagen. Er war der Manager, der hier alles aufgebaut hat. Insofern, denke ich, hat er viel Lob verdient. Ja, Beifall für ihn. Gut. Sie alle kennen die zweite medizinische Klinik und die können Sie jetzt gleich vergessen. Die müssen Sie löschen aus Ihrem Gedächtnis. Warum? Weil wir einen Neubau bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ich habe noch nie so einen großen Kran gesehen, der bis zu 10, 15 Tonnen auf einmal hochheben kann. Von Riga natürlich, wenn es in Mainz was zu bauen gibt. Hier sehen Sie die Container. So sieht es jetzt aus. Das ist das Erdgeschoss und da kommt die Praxis rein. Ja, Herr Lutz da oben. Kommen Sie auch noch rein oder dürfen Sie auch noch mitmachen? Also Herr Wittlich und Herr Todt und alle, die kommen da rein und belegen zumindest mal das Erdgeschoss und ihr könnt bald anfangen. Also das ist zumindest mal schon fast komplett aufgebaut. Und so wird das mal aussehen. Das ist jetzt die Klinik für den Professor Rostock, wo die Kardiopraxis mit dabei ist. Rhythmologie wird sich das Ganze genannt. Defi-Schrittmacher und Ablation. Also ich werde meine Kardiologie aufteilen in Kardiologie 1 und 2. Sie wissen ja, der Rostock hat einen Ruf nach Wiesbaden gehabt und wenn ich eins nicht leiden kann, wenn meine guten Leute nach Wiesbaden gehen. Und deswegen habe ich gesagt, dann soll er halt da bleiben. Dann kriegt er halt die Rhythmologie. Da habe ich kein Problem damit. Und ich denke, das war eine gute Entscheidung. Es wird eine Brücke geben und das Ganze ist fertig, halten sich fest in fünf oder sechs Tagen. Also Mitte nächster Woche ist dieser Bau fertig. Also jetzt ist das Erdgeschoss und die stellen jeden Tag die Container drauf. Die stehen schon überall verteilt auf dem Universitätsmedizingelände. Wichtig ist natürlich auch, dass der Herr Pfeiffer das mitentschieden hat. Ich habe heute die E-Mail von ihm bekommen. Muss man auch nochmal Beifall an ihn, dass er so weitsichtig war. Interessant sind auch die Autos, die davorstehen. Also es ist ein Isetta von BMW, dann steht ein X6 davor und ein X5. Also insofern, man wusste schon genau damals, warum man keine Volkswagen genommen hat. Gut, also Kardiologie 1. Wenn Sie zu mir kommen wollen, müssen Sie sich merken, Kardiologie 1 ist wichtig. Sie wollen was über Burnout wissen. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung für die Stiftung Mainzer Herz. Morgen Abend zur gleichen Zeit. Sie haben sowieso nichts zu tun. Also kommen Sie hierher und lassen Sie mal aufklären, ob Sie ein Burnout haben oder nicht. Ja, der Dr. Busch, den kenne ich gut. Der hat schon mal einen Vortrag bei uns in der Favorite gehalten. Ganz toll. Also wenn es Ihnen nicht gut geht, wenn Sie nicht mehr leistungsfähig sind, das sind vor allem die Rentner hier gefragt natürlich, kommen Sie vorbei und lassen sich aufklären. Der wird Ihnen sagen, ob Sie ein Burnout haben und wie Sie es behandeln müssen. Oder wenn Sie jemanden kennen, dem es nicht gut geht oder der gefährdet ist, schicken Sie ihn ruhig mal vorbei. Gut, wenn Sie gesund werden, älter werden wollen, wen brauchen Sie denn? Wer hat einen Vorschlag? Was braucht man, um gesund älter zu werden? Wer hat da eine Idee? Mediziner. Das ist schon mal gut. Also Schlafmediziner. Ich glaube nicht. Hallo. Schlafmediziner. Ich glaube nicht. Wer hat einen besseren Vorschlag? Ich gebe nachher die Antwort. Augenkliniker. Es ist gut, dass er zum Schluss kommt. Der wird uns allen den Durchblick geben, um was es geht. Also ist er ganz klar. Oder ein Kartilogen natürlich. Also hier. Einen guten Kartilogen. Und ich habe da ein schönes Heft gemacht. Also wer das lesen will, der kann, wenn er morgen Abend kommt, kann er es sich umsonst mitnehmen. Sie können es auch für 10 Euro aus dem Internet runterladen. Wie werde ich gesund? 100 Jahre alt. Mein Schwiegervater ist leider nur 88 Jahre alt geworden. Aber ich meine, er war schwer herzkrank. Und für das Alter ist das trotzdem eine gute Leistung. Ich habe ihn damals bei uns im Garten gestellt, einen Handel in die Hand. Und das Titelbild ist, denke ich, insgesamt doch ganz gut angekommen. Also warum sind die Kartilogen wichtig? Wenn Sie sich anschauen, warum die Lebenserwartung verbessert worden ist und wer dafür verantwortlich ist, dann sehen Sie, dass die Lebenserwartung in den letzten 30 Jahren, 1970 bis 2000, um sechs Jahre verlängert worden ist. Und wer macht den Löwenanteil vier Jahre allein durch Verbesserung der Lebenserwartung durch Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankung? Perinatal-Desease, ein bisschen besser, Verletzungen, Tumore, fast keine Änderung. Bei den Tumortherapien ist man ja schon froh, wenn die Leute zum Teil drei Monate länger leben. Das ist halt die Realität. COPD ist sogar schlechter Lebenserwartung. Also wenn Sie einen guten Kartilogen haben, können Sie damit rechnen, doch ein hohes Alter zu erreichen. Jetzt mal ganz kurz, so Pathophysiologie, wie ein Herzinfarkt entsteht. Also das ist jetzt ein normales Gefäß, so wie es aussieht, das hat drei Lagen. Und das, was für uns interessant ist, das Endothel, diese Innenschicht, was das Gefäß wie so eine Tapete auskleidet. Dann gibt es eine Muskelschicht, so eine Außenschicht, mehr Bindegewebe. Und das Interessante ist, wenn Sie Risikofaktoren haben, dann werden Sie schon Ablagerung im Gefäß haben. Das Interessante ist ebenfalls, wenn ich in dem Stadium einen Herzkatheter mache, da sieht das Gefäß vollkommen normal aus. Wenn ich aber mit dem Ultraschall reingehe, dann sehe ich schon, hola, da ist schon ein Cholesterin-Plug, da ist eine Deckplatte. Das Gefäß ist schon total verändert. Und das Spannende ist, unser Körper kann sich gegen die Arthrosklerose wehren. Das heißt, wenn wir Ablagerung haben, gibt es ein Remodeling vom Gefäß. Das heißt, es wird nicht mehr aus dem runden Gefäß ein ovales Gefäß. Also ein sogenanntes exzentrisches Remodeling. Und wie gesagt, wenn ich jetzt einen Katheter mache, sieht eigentlich alles ganz normal aus. Jetzt geht die Frage, kriege ich die Risikofaktoren in den Griff? Ja, dann sieht es so aus. Wenn ich zum Beispiel einen Cholesterinsenker nehme, da wird der Fettkern ganz klein, die Dickplatte dick, das heißt Stabilität. Oder ich sündige weiter, dann wird der Fettkern immer dicker, die Deckplatte dünner und irgendwann wird sie aufbrechen. Und dann kommt es jetzt darauf an, entweder diese Plagg-Ruptur wird abheilen, dann kriegen Sie ein ganz enges Gefäß. Und das sind die Leute, die dann eine stabile Angina pectoris kriegen. Das heißt, immer unter körperlicher Belastung kriegen Sie Brustschmerzen, wenn Sie stehen bleiben, ist es wieder gut. Also immer unter körperlicher Belastung oder es gibt einen kompletten Verschluss. Und dann haben Sie einen halben Herzinfarkt und kommen dann auch zu uns. Gut, Gutenberg-Gesundheitsstudie. Was war für mich wichtig? Die Endothelfunktion. Und dass das eine Sache ist, die mich schon lange umtreibt. Das erste Paper, was ich in dem Bereich publiziert habe, war von 1987. Da haben wir nämlich gezeigt, an einem Langendorf-Herz-Präparation, was der Herr Zipfel wahrscheinlich früher auch immer gemacht hat, die Gefäßfunktion gemessen. Und wir haben damals festgestellt, dass dieses NO, also dieses Endothel, eine ganz wichtige Rolle spielt in der Regulation des Tones, der Mikrozirkulation. Und bei der Gutenberg-Gesundheitsstudie haben wir mehrere Methoden, die, sagen wir mal, direkt oder indirekt die Endothelfunktion messen. Das ist die flussabhängige Dilatation, werde ich gleich erklären. Dann gibt es eine sogenannte Endopat-Methode und diese Pulswellenkurve, also die Pulswellengeschwindigkeit, die von peripher auch reflektiert wird. Und die Geschwindigkeit der Reflektion hängt natürlich stark vom Spannungszustand des Gefäßes und damit auch von der Funktion des Endothels ab. Also das ist praktisch das, womit ich mein Leben lang beschäftigt habe, das Endothel. Und das Interessante ist, dass praktisch, ich glaube Mitte der 90er, der Nobelpreis verliehen. Ne, Anfang der 90er wurde der Nobelpreis verliehen und entdeckt wurde, dass NO für diese Endothel-Funktion wichtig ist, glaube ich 1986 oder 1987. Und das waren die drei, die den Nobelpreis bekommen haben. Das war der Herr Ignaro, hier Herr Murat und der Herr Furchgott. Und das Interessante war, der den Nobelpreis ganz knapp verpasst hat, wer war das? Was schätzen Sie denn? Wer hat NO beforscht und hat ganz knapp den Nobelpreis verpasst? Wissen Sie nicht. Das ist der Herr Moncada, das ist der eine, der zum Beispiel entdeckt hat, dass NO freigesetzt wird vom Endothel, aber er hat konzeptionell gar nichts dazu beigetragen. Deswegen hat man gesagt, die anderen drei, die haben zum Konzept viel beigetragen, die kriegen einen Nobelpreis. Und bei ihm ist es besonders ärgerlich, weil er auch das Prostacycline entdeckt hat, das PGI2 im Endothel. Er hat es entdeckt als Postdoc und sein Chef hat damals den Nobelpreis bekommen und hat entdeckt, dass IDHF oder Endothel NO produziert. und das kriegen die anderen Nobelpreis praktisch zweimal total knapp vorbeigeschrammt. Das ist auch der Grund, warum er so skeptisch hier reinschaut. Wer hat es noch verpasst? Der Herr Förstermann. Die Jagd nach dem NO und Sie glauben gar nicht, wie nah der dran war. Wenn wir nochmal zurückgehen, es geht praktisch um dieses Stickstoff Monoxid, NO. Und wir haben damals in Freiburg Forschung gemacht, wo wir eigentlich gezeigt haben, dass zum Beispiel ein Stoff, mit dem hat ihn damals IDHF genannt, Endothelium-Derived Relaxing Factor, dass er in der Lage ist, das zyklische GMP als Second Messenger in Plättchen anzuheben und damit die Verklumpung von Blutplättchen zu verhindern. Und wir haben damals, oder der Herr Murat hat gezeigt, dass Nitroglycerin das Gleiche macht. NO wird freigesetzt durch Nitroglycerin. Und damals war ein logisch denkender Kardiologe in Mainz, Mainz, sage ich schon, in Freiburg natürlich, wo der Herr Förstermann auch war. Und der Kardiologe hat gesagt, warum ist IDHF nicht einfach NO? Der hat einfach eins und eins zusammengezählt. Da hat der Förstermann gesagt, das muss was ganz Kompliziertes sein, hat nicht auf den Kardiologen gehört. Und deswegen ist er auch am Nobelpreis vorbeigeschrammt. Nun, das Interessante war, wie damals entdeckt worden ist, dass das Endothel wichtig ist. Und das Spannende war, man hat Kaninchen-Aorta genommen, hat sie da eingespannt in so einem Gefäßsystem und hat dann Acetylcholin dazugegeben. Und es war immer so, wenn der medizinisch-technische Assistent, das war der Herr Zawatzki, von Herrn Furchtgott, die Gefäße sorgfältig präpariert hat, dann hat Acetylcholin eine Dilatation gemacht. Und wenn er die Gefäße rüde behandelt hat, dann hat das Gefäß sich konstringiert. Und bis einer draufgekommen ist, ist vielleicht das Endothel kaputt und möglicherweise das Endothel dafür verantwortlich, dass NO freigesetzt wird. Das war die spannende, sicherlich wichtigste Beobachtung vom Herrn Furchtgott und hat ihn damit sicherlich auch verdient. Das Interessante ist ja, das Endothel ist nicht einfach eine semipermeable Membran, was verhindert, dass Blutbestandteile aus dem Gefäßsystem nach außen treten, sondern ist sehr stoffwechselaktiv. Und wenn man sich mal anschaut, was das alles macht, dann kann man sich natürlich gut vorstellen, dass es einen unheimlichen Effekt auf den Gefäßtonus hat. Es wird ein NO gebildet, Gefäßerweiter, ein Prostazyklin, hyperpolarisierende Faktoren, aber auch Endothelin, was das Gefäß verengt. Also im Prinzip, wenn man das alles zusammenzählt, kann man sich gut vorstellen, dass es ein wichtiges Organ ist. Und man geht heute davon aus, dass alle Endothelzellen zusammengelegt, die Größe eines Fußballfeldes haben, und sie wiegen deutlich mehr als der Leber. Also die gesamten Endothelzellen zusammen ist das größte endokrine Organ unseres Körpers. Nun, wie wird NO in den Gefäßen freigesetzt? Das eine ist zum Beispiel, dass Scherkräfte, wahrscheinlich hat es der Will schon gezeigt, die haben wir noch nicht gezeigt, also Scherkräfte auf das Endothel wirken, das heißt, wenn das Blut reibt am Endothel, wird NO freigesetzt, wenn es pulsatil gedehnt wird und wenn man Acetylcholin gibt. Das sind so die drei wichtigsten Mechanismen, um NO freizusetzen und dann wird praktisch das Gefäß erweitert und wenn man weniger NO hat, wird praktisch eine Gefäßverengung ausgelöst. Gut, jetzt haben wir mal Risikofaktoren. Was haben wir da? Zum Beispiel die klassischen hoher Blutdruck, erhöhtes Cholesterin, Rauchen und das Spannende ist, wenn man sich jetzt mal anschaut, was im Gefäß abgeht, hier ist das schöne Endothel, sagen wir mal, von einem 20-Jährigen, die Endothelzellen schön parallel angeordnet, und dann plötzlich kommt ein Risikofaktor, wie das Rauchen dazu. Ja, und alle, wer raucht denn von Ihnen? Darf ich mal fragen, wer von Ihnen raucht? Traut sich niemand wahrscheinlich. Und dann fangen an, Entzündungszellen am Endothel zu kleben und das ist jetzt das Stadium, was wir mit dieser Endothelfunktionsmessung machen können, fassen können. Das ist eine Sache, die kann man nicht sehen, das sind keine artrosklerotischen Plaques, das sieht man nicht, wenn man im Ultraschall drauf geht, sondern das kann man nur funktionell erfassen, wenn man die Endothelfunktion testet. Dann wird die Endothelzelle durchlässigt, da schlupfen jetzt so Entzündungszellen durch, dann wird da drin oxidiertes Cholesterin angesammelt, dann gibt es diese Fettistrieks und das wiederum ist ein ganz wichtiger Platz für die Aktivierung von Blutplättchen und dann werden viele, sagen wir mal, Wachstumsfaktoren freigesetzt, die dann dazu führen, dass das Gefäß immer enger und enger wird und irgendwann der Patient dann halt seine Beschwerden bekommt. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt die Gefäßfunktion am Arm messen, was wir bei der Gutenberg-Gesundheitsstudie machen, können wir indirekt daraus schließen, was mit den Herzkranzgefäßen ist. Also wenn wir am Arm messen machen, gibt es Untersuchungen, die haben gezeigt, Endothelfunktionsstatus geht parallel mit der Endothelfunktion in den Herzkranzgefäßen. Also ein ganz spannender Befund und das ist natürlich eine Sache, die wichtig ist, das ist für alle Risikofaktoren gezeigt worden und nur für den Fluglärm noch nicht ganz, aber da sind wir auch schon hart dran. Gut, und die wichtigste Methode jetzt bei der Gutenberg-Gesundheitsstudie ist die sogenannte flussabhängige Dilatation. Das heißt, wir messen mit Ultraschall den Durchmesser der Arteria brachialis, also der Unterarmarterie. Dann wird eine Blutdruckmanschete aufgepumpt für insgesamt fünf Minuten. Dann fließt gar nichts in dem Arm. Dann machen wir die Blutdruckmanschete wieder auf. Dann kriegen wir einen sehr hohen Fluss und der hohe Fluss führt dazu, dass NO freigesetzt wird, das Gefäß dilatiert. Und das ist in der Regel bei Gesunden so acht bis zehn Prozent, bei Männern, bei Frauen ist es deutlich mehr. Also das ist das, was wichtig ist. Nitroglycerin geben wir in der Gutenberg-Gesundheitsstudie nicht. Werden bei Ihnen schon die Studie mit durchgelaufen? Werden das Gutenberg-Gesundheitsstudie? So wenig, okay. Fehlen nur 14.900. Noch was. Gut, was beeinflusst unsere Gefäßfunktion? Und Stress versus Lachen finde ich ein ganz tolles Beispiel. Haben natürlich wieder die Engländer gemacht, die haben immer die originellsten Ideen. Soldat James Ryan mussten die Leute angucken. Da hat man vorher und hinterher die Endotel-Funktion gemessen. Oder der Something about Mary. Also das hat man auch angeguckt, wo man halt nur gelacht hat und hat mal geguckt, welcher Film hat welchen Einfluss auf die Endotel-Funktion. Und wie es zu erwarten war, wenn ich lachen muss, wird die Endotel-Funktion besser. Wenn ich Stress habe, wird die Endotel-Funktion schlechter. Ja. Alkohol. Wer hat denn die besten Untersuchungen gemacht zu Alkohol- und Endotel-Funktion? Wer weiß das von Ihnen zufällig? Natürlich der Herr Förstermann. Ja. Und jetzt zeige ich Ihnen mal ein schönes Bild. Er ist nicht da heute Abend, deswegen kann ich es zeigen. Und zwar habe ich das genannt, In-Vitro, In-Vivo und In-Vino-Untersuchung. Ja. Und er hat sich tatsächlich selbst als Untersuchungsobjekt zur Verfügung gestellt. Und da steht er, ja. Man sieht an seinem Blick, dass er hier schon ins experimentelle Stadium eingetreten ist. In diesem heroischen Selbstversuch. Und man sieht auch noch, dass er die Voraussetzungen für den wissenschaftlichen Vorstand erfüllt. Er beherrscht nämlich das ABC-Fliesen. Also insofern, und er hat natürlich noch in vielen Untersuchungen gezeigt, dass Rotwein besser ist als Weißwein, besser ist als Bier. Also insofern, wenn Sie Ihre Endotel-Funktion beeinflussen wollen, positiv, Alkohol ist immer gut. Aber Rotwein ist mit Abstand das Beste. Und was hat Herr Förstermann noch gemacht? Es ist wirklich unglaublich. Das können Sie nachlesen aus dem Online-Handbuch für Erektionsstörungen. Schauen Sie mal. Schönes, harterer Bild, für was NO noch zuständig ist, für die Erektion. Und er hat es dann publiziert in Brain Research, dass NO für die Erektion verantwortlich ist. Also Förstermann als Co-Autor. Und was heute klar ist, wenn wir eine Erektile-Dysfunktion haben, haben wir wenig NO. Also wenn Sie eine schlechte Endotelfunktion bei mir haben, muss ich dann immer den Patienten fragen, wie sieht es denn mit der Erektion aus? Das ist eine Sache, die durchaus parallel geht. Das ist eine Sache, die extrem wichtig ist. Und wenn überhaupt nichts mehr funktioniert, ist kein NO da. Wobei ich jetzt gleich sagen möchte, ich bin nicht für Erektionsstörungen zuständig. Also wenn Sie Probleme haben, gehen Sie lieber zum Urologen und nicht zu mir. Sonst habe ich echt ein Patientenproblem, ein Zeitproblem. Aber das ist eine Sache, die auch extrem wichtig ist. Und es hat uns auch geholfen, zu verstehen, warum Viagra wirkt. Gut, kommen wir zum Rauchen. Auch ein wichtiger Punkt, das wurde auch untersucht, das war in den 90er Jahren, der Selermeyer im New England Journal publiziert, Effekte von Rauchen. Ich habe gerade wieder gestern gehört, dass die Umsätze im Rauchen, Umsatzsteuer dramatisch gestiegen sind. Also die Leute rauchen immer mehr. Also ich kann es gar nicht verstehen, wenn man heute weiß, was Rauchen alles anstellt. Und das Spannende an dieser Studie war, dass die Passivraucher schlechtere Gefäßfunktionen hatten als die Aktivraucher. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie aktiv eine Zigarette rauchen, dann haben Sie Temperaturen von bis zu 1000 Grad in der Zigarette. Und viele toxische Kohlenwasserstoffe gehen kaputt. Wenn Sie jetzt passiv den Rauch inhalieren, ist die Konzentration an Toxinstoffen viel, viel höher. Insofern macht es auch Sinn, wie es in England jetzt ist, dass man das Rauchen von Eltern verboten hat, wenn Kinder noch gleichzeitig im Auto sitzen. Und ich hoffe, dass es auch relativ zeitnah bei uns kommt. Und wenn man jetzt Kombination hohes Cholesterin und Rauchen hat, dann ist die Endothelfunktion klinisch tot. Hier sehen Sie zum Beispiel Endothelfunktion bei gesunden Kontrollen. Da hat einer hohes Cholesterin, dann raucht einer, wenn beides zusammenkommt, tut sich hier fast gar nichts mehr. Wichtig ist nochmal, NO wird meistens nicht weniger gebildet, sondern es wird vermehrt abgebaut. Und das habe ich mal aufgezeichnet. Das ist wie wenn so ein Pac-Man, was wir früher so gern gespielt haben. Das futtert das NO auf. Und das führt dann dazu, dass hier Substanzen gebildet werden, die dazu führen, dass die NO-Synthase, die sonst nur NO bildet, auch Superoxid, also Radikale bilden kann. Also es ist ein Enzym mit zwei Gesichtern. Wenn die zwei zusammenkommen, dann entsteht praktisch viel Böses in unseren Gefäßen. NO weniger verfügbar, Gefäßverengung, also mehr Spasmus in den Gefäßen, mehr Herzkranzgefäßprobleme. Dann müsste eigentlich Vitamin C helfen. Und das ist richtig, das haben wir damals gezeigt, in Hamburg noch, beim Professor Meinertz, also 1996 war das, da waren wir die Ersten, die gezeigt haben, wenn Sie 20 Jahre rauchen und Sie nehmen einmal Vitamin C in die Arterie, dass dann die Gefäßdysfunktion, die Endotel-Dysfunktion komplett korrigiert werden kann. Also ein ganz spannender Befund. Haben Sie alle angerufen, ABC, CNN, also alle Stationen aus den USA, weil es ein sensationeller Befund war. Und die Raucher haben natürlich gefragt, wie viel Vitamin C muss ich jetzt futtern, damit ich keine Gefäßfunktionsstörung bekomme. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, aber es ist eine Sache, die zumindest zeigt, dass die freien Radikale bei der Regulation oder bei der Gefäßfunktionsstörung durch Rauchen eine ganz wichtige Rolle spielen. Also eine richtige Lösung ist das eigentlich nicht. Und das Spannende ist jetzt, wenn Sie alle Risikofaktoren nehmen, Diabetes, Alter, Familienanamnese, Rauchen, Hypertonie, Hose, Cholesterin, immer wird die Endotelfunktion verbessert durch Vitamin C. Gut, der Lärm ist natürlich auch wichtig, das wissen Sie alle und wir haben in Mainz eine Studie gemacht. Wir haben Nachtfluglärm simuliert mit dem MP3-Player, haben jetzt übrigens auch angefangen, tieerexperimentell zu arbeiten, also vor allem Fluglärmgeräusche zu nehmen. Was wir gesehen haben, ist, dass mit zunehmendem Lärm die Gefäßfunktion schlechter wird. Das waren gesunde Studenten, wo wir spannend fanden, dass überhaupt was passiert. Und hier sind kranke Patienten mit koronarer Herzerkrankung. Und das Interessante war, auch hier konnte man mit Vitamin C die Gefäßfunktion verbessern. Also auch bei Lärm induzierten Gefäßschäden spielen die freien Radikale eine wichtige Rolle. Und es ist so, wenn man sich jetzt mal in dieser Studie anguckt, wenn ich eine gute Endotelfunktion habe, über 8% dilatiere, bei diesem Endotelfunktionstest, habe ich viel weniger kardiovaskuläre Ereignisse, sprich Schlaganfall, Herzinfarkt oder Tod durch Herzinfarkt, als wenn ich eine schlechte Endotelfunktion habe. Also ich denke, das ist das, was wir bei der Gutenberg-Gesundheitsstudie auch herausfinden wollen, ob diese Gefäßfunktionsmessung prognostische Bedeutung hat. Und noch ein spannender Befund, auch von Herrn Meinertz damals in Hamburg, dass wir gezeigt haben, wenn wir Patienten nehmen, die eine koronare Herzerkrankung haben, wir haben uns angeschaut, die, die kardiovaskuläre Ereignisse hatten, also Herzenfarkt und Schlaganfall oder Bypass-Operationen, oder die, die keine Ereignisse hatten, die keine Ereignisse hatten, die hatten eine deutlich bessere Endotelfunktion. Wenn Sie sich jetzt Vitamin C angucken, dann sehen Sie, dass es hier dramatisch die Gefäßfunktion verbessert, während bei denen, die keine Ereignisse haben, gar nichts passiert. Also man geht davon aus, wenn Sie eine gute Vitamin C-Antwort am Unterarm haben, dass Sie hohen oxidativen Stress in allen Gefäßen haben, also auch im Herzkranzgefäß und das wiederum führt zu mehr Herzenfarken, das sieht man hier auch, das ist so eine Kaplan-Meyer-Kurve, so eine Überlebenskurve, wo man sieht, die, die einen schwachen Vitamin C-Effekt haben, haben eine deutlich bessere Prognose, als die, die eine starke Vitamin C-Antwort haben. Gut, jetzt möchten wir das Ungleichgewicht zwischen freien Radikalen und NO wieder ins Gleichgewicht bringen. Gibt es viele Dinge, Vitamine, Sport- oder Ankytensin-Rezeptor-Blocker jetzt mal als Beispiele, Vitamine. Das Interessante ist, ich habe Ihnen ja gesagt, Vitamin C hilft, das kommt nachher einer und sagt, warum geht man nicht allen Vitamin C? Das Problem ist, wenn Sie Vitamin C oral nehmen, geht die Wirkung relativ rasch verloren. Hier sehen Sie zum Beispiel zwei Gramm Vitamin C, zwei Stunden Effekt bei Rauchern, guter Effekt, dann nehmen Sie es aber acht Wochen, dann ist der Effekt komplett verloren gegangen. Also ein ganz spannender Befund, keine dauerhaften Effekte durch Vitamine und das ist jetzt unser Linus Pauling, der hat ja bis zu neun Gramm am Tag Vitamin C genommen und das Interessante ist aber, dass es neue Studien gibt, prospektive Studien, die zeigen, wenn ich Vitamin C einnehme, drei bis vier hundert Milligramm am Tag, dass ich früher sterbe. Drei bis vier hundert Milligramm als Tablette. Als Tablette. Und das war eine Studie, die jetzt zum Beispiel von dem Herrn Jacobs publiziert worden ist. Das waren vor allem Brustmenopausen, Frauen, die noch Diabetes hatten, mehr Herztod durch Vitamin C und man kann ja sagen, Linus Pauling ohne Vitamin C wäre er vielleicht 110 Jahre alt geworden. Theoretisch. Mit Vitamin E stirbt man auch früher, die Schwellendosis liegt bei 400 Einheiten und unserer liebe Frau Neuser, unsere Grafikerin, habe ich gebeten, das mal zusammenzufassen und hier hat es eine Red Bull-Werbung genommen, dank meiner Vitamine kann ich jetzt sogar fliegen. Also ich kann Sie nur warnen davor, diese Vitamine einzunehmen, und Sie machen höchstens, dass Sie früher sterben. Gut, jetzt nochmal Endertail-Funktion. Bei Kindern können wir es auch messen, ist ja eine Ultraschall-Methode, finde ich auch ganz spannend. Hier Effekte von Exercise, eine Stunde und das dreimal die Woche. Und was man wunderbar sieht, das ist die Ausgangsbedingung, die Schlanken und die Übergewichtigen. Durch das Training wird die Gefäßfunktion deutlich besser, während die, die kein Training machen, beim schlechten Gefäßfunktion bleiben. Also man kann damit wissenschaftlich beweisen, das, wenn die Kinder täglich trainieren. Dadurch reduzieren sie natürlich auch ihre Risikofaktoren, sich die Gefäßfunktion verbessert. Medikamente können wir auch einsetzen, angetan sie einen Rezeptorblock oder ACE-MAR, das ist egal. Und was ich jetzt spannend finde, ohne dass das Cholesterin geändert hat, sieht man, dass die Gefäße viel sauberer aussehen, wenn Sie einen AT1-Blocker mit dabei haben, im Vergleich zu denen, die keinen AT1-Blocker haben, sondern nur eine hohe Cholesterin-Diät. Und man kann auch die Radikale messen in den Gefäßen, das sind diese roten Punkte. Das ist jetzt ein Diabetes-Modell, und wenn Sie jetzt Telmisertan von Böhringer übrigens dazugeben, dann sehen Sie, dass die Radikale komplett verschwinden. Also diese Angiotensin-Rezepter sind viel bessere Antioxidantien, wenn man so will, wie unsere Vitamine. Ich darf kurz zusammenfassen, Gefäßfunktion ist eigentlich gut zu quantifizieren, Risikofaktoren entwickeln eine endotheliale Dysfunktion, und freie Radikale sind wichtig, hat prognostische Bedeutung, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Wir müssen zeigen, dass es in der Gutenberg-Gesundheitsstudie wichtig ist. Vitamine können akut helfen, aber nicht chronisch. AT1-Blocker sind gut, Sport verbessert die Gefäßfunktion, und die prognostische Bedeutung steht noch aus in Ihrer Aussage. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Professor Münzel? Was soll ich noch mal vergessen? Morgen bitte alle kommen, ja. Es gibt Rotwein und Brezel, die ist vielleicht weniger gut. Dietz-Bretzel. Die N-O-Produktion ist ja abhängig von den Mitochontien in den Zellen. Es hat an Herrn Marschall festgestellt, dass wenn die Vitamin-D-Rezeptoren in den Zellen blockiert werden durch intrazelluläre Infektionen, dadurch tausend Gene blockiert werden, auch Mitochontien blockiert werden, damit das N-O nicht auch die Bakterien in den Zellen abtötet. Könnte das nicht ein Hinweis sein dafür, dass intrazelluläre Infektionen die ganze Sache ins Anlaufen bringen und das N-O reduzieren und, 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 und. Also Sie sprechen jetzt mehr von Entzündungszellen, von Makrophagen? Nein, 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 von intrazellulären Infektionen durch Bakterien und Pilzen. Also diese Hypothese, die kenne ich nicht, muss ich sagen. Es kann sein, dass Sie bei, also jetzt als klassischer Gefäßbiologe, muss ich jetzt dazu sagen, das Konzept kenne ich nicht. Also ich bin mehr so die physikalische N-O-Freisetzung. Ich meine, ohne Mitochontrien funktioniert gar nichts. Wenn irgendwas produziert wird enzymatisch, brauchen Sie natürlich die Energie von Mitochontrien. Aber jetzt, dass jetzt eine Invasion von Bakterien in Zellen so der Trigger ist, um N-O zu bilden, macht in dem Konzept so in meiner Weltanschauung. N-O zu unterdrücken. N-O zu unterdrücken. An Herrn Marschall, Sie finden im Internet, bei YouTube, seine Vorträge. Okay, alles klar. Wir können gleich mal hingehen. Ja, an Sie hätte ich die erste Frage. Die Neandertaler, die sind ja so etwa 40 Jahre alt geworden. Und bis dahin brauchen 99 Prozent der Bevölkerung keine Medizintechnik. Dann sind wir ein Auslaufmodell, was dauernd wieder repariert und gestützt oder gesteuert werden muss, weil wir in verschiedenste Richtungen steuern. Und an Herrn Michal hätte ich die Frage, wie bauen Sie in die Stressentstehung das Gewissen ein, was ja doch sehr viel Stress verursachen kann. Das ist also, habe ich das in der Psychiatrie erlebt, das ist ein wesentlicher Faktor, der also Dauerstress verursachen kann. Ja, also das gehört ja mit zu den typischen Ursachen von der Depression, dass Menschen in der Kindheit gelernt haben, dass wenn sie normale, gesunde Bedürfnisse ausdrücken oder ihre Gefühle ausdrücken möchten, zum Beispiel sich abgrenzen, indem man Wut ausdrückt, dass das in bestimmten Beziehungen zu Sanktionen führt und spricht dann zu Schuldgefühlen, sodass man seine normalen Bedürfnisse nicht auslebt und das ist ein typischer Risikofaktor für eine Depression. Das ist natürlich das, was man sozusagen in der Einzel-, in den 50 Minuten in der Psychotherapie-Sitzung feststellen kann. In der Gutenberg-Gesundheitsstudie gehen wir jetzt nicht so tief, aber wir können viele Menschen untersuchen. Vielleicht noch eine ganz schnelle Antwort. Ja, das ist richtig. Im Laufe unseres Lebens mit dem zunehmenden Alter läuft immer mehr schief im Körper. Wir haben Milliarden von unzählbaren Stoffwechselvorgängen und das, was wir machen im Endeffekt, ja, ist versuchen, dort einzugreifen. Aber umso mehr wir über das System lernen, umso mehr wissen wir, wie komplex es ist und wie wenig wir verstehen. Dennoch hat sich die Lebenserwartung, wie Sie wissen, immer weiter erhöht und sie wächst weiter. Alle 20 Jahre, etwa 5 Jahre derzeit. Ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, jetzt Neandertaler 40 und mir werden fast 100. Also ich meine, ich finde es, und wichtig ist ja die Lebensqualität. Also ist ja so, wenn Sie heute Sprechstunde machen, Herr Zipfel, wir haben ja keine Sprechstunde mehr. Aber es ist schon so, also letzte Woche zum Beispiel hatte ich 10 Patienten, da waren 60 Prozent, 90 Jahre und älter. Die haben Herzklappen bekommen, die kommen alle ohne Rollator rein. Es gibt ganz tolle Studien aus Heidelberg über die sogenannten 100-Jährigen. Da wird gefragt, wer macht noch Internet oder wer macht seine Überweisung noch selber am Computer. Und es ist wirklich unglaublich, wie sich vor allem in den letzten 10 Jahren, es gibt so ein Follow-up von den 100-Jährigen, jetzt in den letzten 10 Jahren die Situation dramatisch verbessert hat. Und 90 Prozent aller 100-Jährigen sind mit ihrem Schicksal, so wie es ist, sehr zufrieden. Und in Deutschland gibt es ja mittlerweile wie viele 100-Jährige? 15.000. Stimmt. Sie können noch nicht dazu. Sie können noch nicht dazu. Das Spannende ist ja 1955, in meinem Geburtsjahr, gab es ja 300-Jährige in Rheinland-Pfalz und letztes Jahr gab es ja 875 in Rheinland-Pfalz. Also ich meine, das muss man überlegen. Die Frau Dreyer kommt ja aus dem Gratulieren gerade im Haus. Aber dann brauchen wir nach dem tiefen Kardiologen, brauchen wir noch einen besseren Neurologen, weil wir dann schon dement sind. Ja, und wenn aber der Mann gut betreut wird oder die Frau durch einen Kardiologen, dann sagt er denen, mach du mal regelmäßig Sport und man weiß, dass die, die regelmäßig Sport waren, deutlich weniger Demenzerscheinungen haben, als die, die keinen Sport machen. Und das ist das Problem. Also ich habe Patienten, die sind 85 Jahre alt, die gehen täglich aufs Laufband oder machen Krafttraining und alles. Denen geht es. Die kommen mit Federn einen Schritt in die Sprechstunde rein und andere, die kommen halt mit dem gleichen Alter oder fünf Jahre jünger mit dem Rollator rein. Also die körperliche Fitness ist, glaube ich, ganz wichtig auch für den Kopf, würde ich jetzt sagen. Herr Junge, was meinen Sie? Ich hoffe, dass es so ist. Sie hoffen, dass es so ist. Eine Frage noch, Herr Zitzel. Und zwar eine Frage zur Arteile Hypertonie und endothelialen Dysfunktion. Besteht die Möglichkeit, dass man durch die Messung der endothelialen Dysfunktion oder Feststellung der endothelialen Dysfunktion die Arteile Hypertonie in einem sehr frühen Stadium erfassen könnte? In einem Stadium, was wir normalerweise nicht mit den anderen Möglichkeiten erfassen. Ja, also ich denke, das Wichtige ist, das ist immer so die Hühnchenei-Frage. Was ist zuerst da? Ist zuerst die endotheliale Dysfunktion da? Dann haben wir weniger NO und dann gibt es die Hypertonie. Oder ist die Hypertonie dann als primäre Hypertonie da und schädigt sekundär das Endothel, was dann noch weiter den Zirculus viziosus erhöht, dass der Blutdruck noch höher geht? Also ich meine, es ist keine Frage, wenn ich eine Art Telehypertonie habe, kann man den Endothel-Funktionstest machen. Vor allem bei den neu diagnostizierten Unbehandlungen sieht man eigentlich immer, dass die Endothel-Funktion schlecht ist. Und dann fängt man an, den Blutdruck gut einzustellen. Dann ist die Frage, ist das jetzt ein Effekt von der Blutdrucksenkung, wenn die Endothel-Funktion besser wird? Oder sind es Pleiotrope-Effekte von den Antihypertensiven, von denen wir wissen, dass genug entstehen? Ich habe es auch gezeigt. Also das Spannende wäre, im Prinzip ist man eigentlich die Endothel-Funktion messen in der Sprechstunde, aber man kommt auch noch dazu. Und ich sage, wir haben es nicht geschafft, dieses Tool, was ich eigentlich sehr spannend finde, in die Klinik als normales Routine-Diagnostikum einzuführen. Wenn man es 25 Jahre probiert und es schafft, dann hat es vielleicht doch keine Bedeutung. Aber deswegen ist die Gutenberg-Gesundheitsstudie auch so wichtig. Zum Beispiel. Stimmt, ja. Als die eine Endothelial-Dysfunktion haben, dann, ja, das ist richtig, ja. Also, Herr Will, schreiben Sie mal auf. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum letzten Vortrag des Abends. Wir Menschen sind Augentiere. Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Für uns Kardiologen ist es ganz spannend, denn wir können an dieser Stelle auf Gefäße sehen. Aber Sie können noch sehr viel mehr von den Augen lesen. Und ich begrüße Professor Norbert Pfeiffer, den Direktor unserer Augenklinik, wenn er nicht gerade die Geschicke der Gesamtuniversitätsmedizin als Vorstandsvorsitzender leitet, wie in den letzten Jahren manches Mal, ist er auch begeisterter Wissenschaftler in der Augenmedizin und leitet den Teil der Augengesundheit, Augenuntersuchung bei der Gutenberg-Gesundheitsstudie. Ja, Herr Wild, Herr Junginger, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Abend ist schon fortgeschritten, aber ich will meine Aufgabe umreißen. Ich will ein wenig erzählen drüber, was wir in der Gutenberg-Gesundheitsstudie machen, was Ophthalmologen dort suchen, neben so viel kardiovaskulären Dingen. Und dann, die Herausforderung ist gesetzt, will ich natürlich auch schnell im Nebenschluss noch erklären, warum der Ophthalmologe doch der wichtigste Arzt in Ihrem Leben ist oder werden wird. Meine Damen und Herren, wo, ah, hier ist es, hier komme ich voran, da muss man hier drauf drücken, und jetzt geht es voran. Ja, wunderbar. Ich will Ihnen erläutern, die Untersuchung, die wir dort gemacht haben, will dann über einige wenige Erkrankungen sprechen, über die altersabhängige Makuladegeneration, die bei einem Drittel von uns den Verlust der Lesefähigkeit bewirken wird, bevor wir sterben. Ein Drittel von uns wird im rechtlichen Sinne erblinden an dieser Erkrankung. So ist es im Moment noch über Kurzsichtigkeit und Bildung, über die diabetische Retinopathie, vom Diabetes war schon die Rede, Herr Wild hat darüber gesprochen, und dann noch ein wenig von diesen Erkrankungen und die Bedeutung für die Versorgung überhaupt, was wir aus der Gutenberg-Gesundheitsstudie lernen können. Nun, wir haben eine Untersuchungsstation, in 25 Minuten machen wir eine Reihe von Augenuntersuchungen. Darf ich mal hören? Wer von Ihnen war schon mal beim Augenarzt? Gegenprobe. Wer war noch nicht? Aha, doch zwei. Da kann ich nur antworten mit der Joghurt-Werbung, die es mal gab. Irgendwann kriegen wir euch alle. Also, dann haben Sie vielleicht schon gesehen, was wir an Augenuntersuchungen dort machen. Die Sehschärfe, den Visus, sind die Refraktion, die Brechkraft. Fast alle von uns haben eine Brille, früher oder später. Tonometrie, die Messung des Augeninnendruckes. Wichtig, um das Glaukom zu erfassen. Auch eine Volkskrankheit eigentlich. Die Biometrie, da messen wir, wie lang der Augapfel ist. Die Geometrie des Auges sozusagen. Dann untersuchen wir das Gesichtsfeld. Auch ganz wichtig, um bestimmte Augenerkrankungen zu erfassen. Insbesondere das Glaukom, aber auch andere Erkrankungen des Sehnervs. Und wir haben auch schwer erkrankte rausgefischt. Das Gleiche gilt für die Vermessung der Hornhaut. Dann untersuchen wir den Augenhintergrund und machen eine Fotografie. Das ist eine ganz wichtige Untersuchung, bei der wir viele Erkrankungen am Augenhintergrund ablesen können und vor allem sie nach fünf Jahren wieder mit dem neuen Befund vergleichen können, um herauszufinden, was hat sich geändert? Wie ändert sich der Gesundheitszustand? Und so sieht ein Augenhintergrund aus. Für die das nicht so häufig sehen, das ist der Sehnerv. Das sind die Gefäße. Und das Dunkle sind die Venen. Das Hellere sind die Arterien. Und dieses winzige bisschen dort ist die Macula Lutia, der Fleck, in dem eigentlich unser Sehschärfe beruht. Und so sieht ein normaler Augenhintergrund aus. Ich werde Ihnen nachher auch Erkrankte zeigen, wenn Sie sich das Bild noch mal vor Augen halten. So sieht das normale Auge aus. Da sieht man etwa ein Drittel der Netzhaut. Den äußeren Bereich kann man so nicht sehen. Dafür bräuchte man andere Techniken. Also solche Aufnahmen machen wir. Sehnerv, Gefäße, Arterien und Venen und Stelle des schärfsten Sehens. Und so sollte das aussehen. Ein bisschen dunkler in der Mitte und dann gleichförmig rot. Und inzwischen gibt es noch eine Technik, die ganz, ganz spannend ist. Sie kennen alle das Computertomogramm und die Magnetresonanztomographie. Sie wissen, wie man da den Körper in Schichten schneiden kann, die Zentimeter oder Millimeter dick sind. Das geht am Auge auch, aber nicht mit einer Magnetresonanztechnik, sondern mit Licht. Und das nennt sich optische Kohärenztomographie. Mit so einem Apparat wird Licht ins Augeninnere geworfen, zurückreflektiert. Und wir bekommen dann Bilder, die sind von mikroskopischer Auflösung. Das ist ein Schnitt durch die Stelle des schärfsten Sehens. Hier ist wieder der Sehnerv, die Gefäße. Und das sind die zehn Schichten der Netzhaut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wenn Sie Medizin studiert haben, das sieht man typischerweise als histologisches Bild. Wir können jetzt alle Schichten der Netzhaut voneinander unterscheiden. Und die Gefäße ausmessen, die Stelle des schärfsten Sehens sehen. Hier hat man keine Gefäße. Und die Aderhaut unten drunter. Und da, glaube ich, werden wir viel lernen über die Gefäße. Wie die Endothelzellen in der Aderhaut sind, wissen wir noch gar nicht so genau. Das hat man noch nicht gezeigt. Aber wir wissen, dass Störungen in der Aderhaut mit kardiovaskulären Erkrankungen einhergehen. Also das untersuchen wir in dieser Zeit und wollen dann bestimmte Erkrankungen genauer anschauen. Und die erste, über die ich sprechen will, ist die altersabhängige Makuladegeneration. So sieht die normale Makula aus. Tränenentnahme machen wir auch noch. Und wir haben die ersten 5000 analysiert und haben die Prävalenz, also das Vorkommen der Makuladegeneration untersucht. Und was kam dabei heraus? Nun, wir finden sogenannte harte Trusen in fast 40% derer, die wir untersucht haben. Und das sind Ablagungen von Cholesterin. Und gefährlicher sind die sogenannten weichen Trusen. Sie erinnern sich noch, hier ist der Sehnerv, hier sind die Gefäße. Und hier sind jetzt lauter Plaques, die dort nicht hingehören. Wie die Plaques in den Gefäßen? Finden wir dort auch Ablagungen von Cholesterin und anderen Fetten, die dort nicht hingehören und die wahrscheinlich Müll des Stoppwechsels der Netzhaut sind. Und wenn solche Dinge auftreten, dann besteht eine Makuladegeneration, die das Sehen langsam vermindert. Oder es kommt genau zu einem solchen Phänomen, wie an den Gefäßen auch, die dazu führt, dass solche Plaques sich entleeren oder Gefäße hindurch wachsen. Und dann kann das Sehen ganz schnell, ganz schlecht werden, also unter Lesefähigkeit abfallen. Über alle Altersgruppen fanden wir das, und wir hatten ja untersucht, die bis zu 74-Jährigen bei 12%. Und bisher ging man immer davon aus, dass das eine altersabhängige Erkrankung ist. So heißt ja der Name. Es ist definiert als Veränderungen, die vorkommen ab dem 50. Lebensjahr. Wir fanden auch bei den 35- bis 44-Jährigen diese Veränderung schon in 3,8%. Was bedeutet das? Haben wir die Definition falsch gewählt? Oder ist es so, dass sich die Dinge geändert haben? Es tritt früher auf. Wir wissen das noch nicht. Aber wir hoffen, dass wir durch die Nachuntersuchung jetzt herausfinden können, wer solche Veränderungen stärker bekommt und wer nicht. Und vor allem, wer auch und insbesondere von den alten Patienten solche Veränderungen überhaupt nicht hat. Wer also protektive Faktoren hat. Das ist eine spannende Angelegenheit. Und wir hoffen dann auch Empfehlungen geben zu können, die wir im Moment noch nicht kennen. Ist es Sport? Ja, wahrscheinlich. Ist es Vitamin C, Vitamin E? Das wissen wir alles noch nicht. Das nächste, Kurzsichtigkeit. Myopie und Bildung. Nun, wir haben zuerst einmal untersucht, wie ist es überhaupt mit der Brechkraft in Deutschland. Also wenn Sie sich umgucken, die meisten von Ihnen haben eine Brille auf. Weshalb tragen wir Brillen? Nun, ein Drittel von uns ist kurzsichtig, etwa ein Drittel weitsichtig und ein Drittel hat eine Stabssichtigkeit, also eine Hornhautverkrümmung. Und dann gibt es auch noch wenige, die gar keine Korrektur brauchen. Das sind gar nicht so viele. Und hier sehen Sie die Verteilung. Kurzsichtig, das größere Drittel, 35 Prozent. Weitsichtig, das kann die in die Nähe sehen, in die Ferne sehen, in die Nähe schlecht. Kurzsichtig, ich kann die Nähe sehen, in die Ferne schlecht. Und Hornhautverkrümmung auch noch mal knapp ein Drittel. Und dann gibt es noch welche, die haben ungleiche Brechkraft zwischen rechten und linken Auge. Das ist auch ein Problem, das viele andere Erkrankungen nach sich ziehen kann. Nun, die Kurzsichtigkeit kann man ja eigentlich gut korrigieren, mit einer Brille oder einer Kontaktlinse. Aber die Kurzsichtigkeit ist wiederum selber ein Risikofaktor für viele andere Erkrankungen. Für die Makuladegeneration, für das Glaukom, für eine Netzhautablösung. Sie ist also nicht eine Befindlichkeitsstörung. Wer wird nun kurzsichtig? Nun, man wusste schon, dass es eine Reihe von genetischen Ursachen gibt. Haben Sie zwei kurzsichtige Eltern, dann sind Sie wahrscheinlich auch kurzsichtig. Und solche Gene kannten wir schon. Und Herr Wild hat es gesagt, wir machen auch genetische Analysen. Wir konnten auch weitere Faktoren dafür ergründen. Und ich zeige Ihnen mal exemplarisch so ein Bild für einer genetischen Analyse. Einen sogenannten Manhattan-Plot. Manhattan-Plot, weil diese Dinge aussehen wie so Wolkenkratzer nebeneinander. Das sind sozusagen die verschiedenen Chromosomen. Und hier jeder dieser Punkte stellt eine genetische Information dar. Und die kann man korrelieren mit einem Phänomen, zum Beispiel der Kurzsichtigkeit oder anderen Dingen auch, der Anfälligkeit für einen Herzinfarkt. Und bestimmte Punkte stechen heraus, hier an dieser Stelle zum Beispiel, hier plötzlich tauchen dort oben Punkte auf und sind die über einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit verbunden, kann man sagen, wahrscheinlich hat diese genetische Information eine Bedeutung für dieses Merkmal. So mal in aller Kürze. Und obwohl wir ganz viele Gene kennen, die für die Myopie verantwortlich sind, ist es so, dass alle Gene zusammen mal gerade für 3,5% der Myopie, die es gibt, verantwortlich sind. Aber wir fanden einen anderen Faktor, der viel bedeutsamer war. Und Sie haben gehört, die Patienten werden nach ganz vielem gefragt, unter anderem auch, was sie für eine Schulbildung haben. Und das haben wir verbunden mit der Myopie. Und was kommt heraus? Nun, ein Schulabschluss hat eine Auswirkung auf die Kurzsichtigkeit. Beachten Sie mal die erste und die letzte Zeile. Wenn Sie keinen Schulabschluss haben, ist die Myopie-Prävalenz 27%. Gehen Sie in die Hauptschule, ein bisschen mehr, Realschule schon 40%. Haben Sie ein Abitur? Doppelt so viel. Für jedes Jahr, was Sie auf der Schule verbringen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie kurzsichtig werden. Und jetzt gucken Sie sich schon um, wer denn wohl eine kurzsichtige Brille hat oder nicht. Wir sind auf der sicheren Seite, Herr Junginger, wir beide sind recht kurzsichtig. Und dann hört es nicht auf. Bisher dachte man immer, ja, das Auge, es wächst eben so bis zum 18. Lebensjahr. Kurzsichtig wird es dadurch, dass es länger wächst, immer länger wird. Aber es hört nicht auf. Das gilt nämlich auch für berufliche Abschlüsse. Haben Sie keinen Abschluss? 24%. Wahnsinnig kurzsichtig. Berufsschule? 34%. Berufsfachschule? Etwa so viel. Universität? 53%. Und die Dinge sind nicht unabhängig voneinander, sondern bauen aufeinander auf. Also wenn Sie lange genug in der Schule waren und einen Universitätsabschluss haben, dann sind Sie mit aller Wahrscheinlichkeit kurzsichtig. Und diese Faktoren machen viel mehr aus als die genetischen Voraussetzungen. Das haben wir gut publizieren können in der Ophthalmologie. Die sich auskennen, wissen Sie, was das bedeutet? Hat dieses Paper in Ophthalmology einen Impact-Faktor von nur 5 etwa und Myopie und Ausbildung. Das hat auf der einen Seite die Allgemeine Zeitung aufgenommen, da finden wir uns immer schon, freuen wir uns schon, aber auch die New York Times, die geschrieben hat, Studying may make you nearsighted. Can too much studying ruin your eyesight? May be a German study. Und dann zitieren Sie uns. Und die New York Times schreibt natürlich nicht nur das, sondern stellt auch die Frage, die Sie sich jetzt auch alle schon gestellt haben. Are myopic persons more intelligent? Das würden Sie auch gerne wissen. Und dank der Gutenberg-Studie können wir es zum Teil auflösen. In der Gutenberg-Gesundheitsstudie wird nämlich noch ein Test gemacht, den nicht etwa wir machen, sondern der aus der Psychosomatik und Psychologie kommt. Der Professor Unterreiner hat den eingeführt und der kann einen Teil der Intelligenz testen. Das ist nicht so ganz einfach. Ich bin auch nicht der Richtige, das zu beantworten. Aber es ist eigentlich wie ein Kinderspiel. Also, wer mitgemacht hat, weiß es. Ich musste es auch machen. Es gilt, eine Aufgabe zu lösen. Na, jetzt will ich nur mal vorkommen. So, ja. Und zwar ist es eigentlich ein Kinderspiel. Stellen Sie sich vor, das ist hier so eine Holzplatte und da sind so drei Stäbe drauf. Hier passen drei Kugeln drauf. Hier zwei, hier eine. Und die Aufgabe ist ja eigentlich ganz einfach, diese Form in diese zu überführen. Und zwar mit sechs Zügen. Und natürlich darf man nicht alle rausnehmen und wieder reintun. Das wäre ein bisschen einfach. Sondern man darf immer nur eine Kugel rausnehmen und eine reintun. Und ich lasse Ihnen jetzt nochmal 20 Sekunden Zeit. Das ist mal lösen. Ah, also, Herr Junginger, wollen Sie es gerade mal sagen? Das ist leider nicht erlaubt, weil Sie mehr als zwei Kugeln in die Hand nehmen müssten. Leider haben Sie den Test jetzt verpasst. Also, ich mache es jetzt nicht vor. Also, ich mache es jetzt nicht vor. Das ist eigentlich noch eine relativ einfache Aufgabe. Es gab, glaube ich, auch welche mit vier oder fünf Kugeln. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Also, man muss mal in Gedanken hin und her spielen. Aber so kann man was klären. Naja, es ist nicht so sehr Intelligenz. Es ist, was hier auf der nächsten Seite steht, eine Planungsfähigkeit und eine komplexe, sogenannte Exekutiv-Funktion. Es hat was vom Schachspiel. Was passiert, wenn ich von da nach da und den und da, was passiert dann und so weiter. Und es wird sogenannte fluide Intelligenz genannt. Und ich bin sicher, Michael weiß darüber viel mehr als ich. Und was kommt heraus? Nun, je größer die Myopie ist, umso größer sind die Scores, also die Ergebnisse, hier in diesem sogenannten Tower-of-Landentest. Also, umso intelligenter in Bezug hierauf. Ist ja nicht schlecht für die Myopen. Aber es ist nicht ganz so rausgekommen. Wenn man nämlich den Effekt der Schulzeit herausrechnet, dann waren die Hochmyopen nicht intelligenter als die Nichtmyopen, die Nichtkurzsichtigen. Also, was kann man sagen, macht Myopie intelligenter oder Intelligenzmyoper? Nein, es ist einfach so, dass nicht die intelligenteren Myoper sind, sondern die Streber sind halt kurzsichtiger. Herr Junginger, ich muss einfach sagen, es ist so. Also, was kann man daraus ableiten? Weniger zur Schule gehen? Nein, das nicht. Aber was man aus einer anderen Studie weiß, das haben wir noch nicht in der GHS nachgeschaut, ist, dass es ganz entscheidend ist, dass man nicht nur die Nahsicht benutzt, wie wir, die wir viele Bücher lesen, das gerne machen, sondern auch immer mal wieder in die Ferne schaut und wahrscheinlich zwei Stunden am Tag am Licht ist. Wenn Kinder zwei Stunden am Tag an Licht gehen, können sie so viel lesen, wie sie wollen, dann werden sie nicht stärker kurzsichtig als andere. Kinder sind auch zwei Stunden am Tag am Licht, zwei Stunden am Licht, aber nicht pro Tag, sondern heutzutage in der Woche, wenn es hochkommt. Und deshalb werden wir immer kurzsichtiger. Ja, das nächste Diabetische Retinopathie, jetzt mal wieder etwas stärker medizinisch. Hier sehen Sie wieder den Fundus, wieder die Venen, die dunkelblau sind und hier ein bisschen dicker als vorher und die Arterien, die etwas dünner sind. Und jetzt sehen Sie hier solche harte Exudate. Das sind wieder Kalkausschwitzungen und rote Punkte, das sind Mikroaneurysmen und kleine Blutungen. Die sieht man in einer Gefäßdarstellung hier als helle Punkte auftauchen, Blut gefüllt und hier sehen Sie typische Veränderungen nochmal, dass die Venen solche Aussackungen haben und hier klein, stärkere Aussackungen, Blutungen und wenn dann der Diabetes weitergeht, dann kriegt man noch stärkere Veränderungen, Proliferation, Gefäßneubildung am Sehnerv, hier überall und schließlich kann es dazu kommen, dass die Netzhaut sich ablöst und der Patient auch ganz erblindet. Wir haben die Patienten mit Diabetes daraufhin untersucht und fanden eine ganze Reihe von solchen Veränderungen und manchmal sind die nur sehr klein und unspektakulär, wenige rote Punkte, aber sie können eben auch ganz ausgeprägt sein. Und unter allen Diabetikern haben 28% eine solche Diabetische Retinopathie und 2% eine Makulopathie, das heißt, die Stelle des schärfsten Sehens ist betroffen und die Sehschärfe fällt ab. Und von den Betroffenen mit einer Diabetischen Retinopathie war sie meistens mild, aber 5% der Diabetiker sind von einem Visusverlust bedroht und das macht für Deutschland immerhin etwa 250.000 Menschen aus. Also es ist auch eine der häufigsten Erblinderungsursachen in Deutschland. Besonders traurig daran ist, dass viele der Probanden mit Diabetes mellitus im Unwissen über ihre Erkrankung waren. Von allen denen, die es war ja ein Drittel, die nicht wussten, knappes Drittel, die nicht wussten, dass sie Diabetes hatten, obwohl sie einen von uns nachgewiesenen Diabetes hatten über die Definition. Und von denen, die es nicht wussten, hatten schon 15% eine Diabetische Retinopathie, die nicht behandelt, unausweichlich in Sehverschlechterung und Erblindung hineinmühten. Und noch etwas, das habe ich mir erzählen lassen von den kardiovaskulären Kollegen, dass eine starke Assoziation zwischen Diabetischer Retinopathie und Bluthochdruck auf der einen Seite besteht und auch zum Myokardinfarkt. Also erhebliche Risiken, die damit verbunden sind. Und es wäre ganz wichtig, dass man so etwas sehr, sehr früh eben auch herausfinden kann. Ich habe Ihnen jetzt nur wenige Krankheitsbilder gezeigt und das Oberthema war ja, lohnt der Aufwand der Gutenberg-Gesundheitsstudie? Und ich denke, er lohnt. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Wir geben sehr viel Geld dafür aus, diese Studien durchzuführen, aber wir lernen etwas über den Gesundheitszustand oder auch den Krankheitszustand. Und wie ist es denn in der Augenheilkunde? Ich will Ihnen ein paar Eckdaten sagen. Nun, ab dem 70. Lebensjahr gehen mehr als 50% der Bevölkerung mindestens einmal pro Jahr zum Augenarzt. Und das bedeutet 31,5 Millionen ambulante Behandlungsfälle pro Jahr. Wir haben sehr große Kliniken. Augenheilkunde gilt als kleines Fach. Alles Unsinn. Wir sind nach Patienten inzwischen die größte Klinik, wenn man die Ambulanten und die Stationären zusammen zählt. Und warum? Ich will Ihnen das zeigen. Es gibt über eine Million Augenoperationen pro Jahr, dafür nochmal viele andere Injektionen und andere Behandlungen. Wie kommt das? Nun, hier sehen Sie die Inanspruchnahme, den Anteil der Patienten, die mindestens mit einem Augenarztkontakt im Jahr haben. Und zwar nach Alter aufgegriffen. Und das Blaue sind die Männer und das Rote sind die Frauen. Und der Augenarzt wird gebraucht in jungen Jahren. Warum? Weil Kinder Augenentzündungen haben, weil Kinder schielen. Ja, deshalb müssen sie untersucht werden. Und dann wird das besser. Natürlich ist die Anspruchnahme durch Frauen immer ein bisschen höher als die Männer. Die kümmern sich um nichts. Und das alles geht gut. Das bekannte Steinzeit leben lang oder noch ein kleines bisschen besser. Und dann nimmt die Inanspruchnahme dramatisch zu, etwa bis zum 80. Lebensjahr. Dann werden Sie sagen, das ist doch immer dasselbe. Alter ist doch ein Risikofaktor für praktisch alles, also auch für Augenerkrankungen. Nun, in einer anderen Darstellung, ein bisschen anderen Darstellung, will ich Ihnen zeigen, das ist für die Augenheilkunde so, das ist aber nicht für alle Fächer in dem Fall so. Vergleichbar sind oft die halsnahen Ohrenheilkunde und die Hautheilkunde, weil sie auch stark ambulante Fächer sind. Und hier sehen Sie wiederum die Inanspruchnahme von Augenärzten aufgetragen für Männer und Frauen und im Vergleich dazu für die Dermatologie und für die Hals-Nasen-Ohren-Augenheilkunde. Das geht auch hoch, aber das geht im Alter nicht so extrem hoch. Augen funktionieren gut. Ein Steinzeit leben lang. Und dann nicht mehr. Und warum ist das so? Nun, nicht sehen zu können, hieß, bis vor kurzem erhebliche Nachteile zu haben und wahrscheinlich auch früh zu sterben. Und selbst heute sterben Blinde noch früher als Gutsehende. Aber noch im letzten Jahrhundert bedeutete nicht sehen zu können, Verarmung in aller Regel. Und in freier Wildbahn bedeutet es den schnellen Tod. Das heißt, nicht gut zu sehen können ist ein ganz starkes Selektionsmerkmal. Das überwinden wir heute, indem wir einfach älter werden und die Selektion hier nicht mehr stattfindet. Nicht mehr die natürliche Selektion. Daher brauchen wir sehr viel mehr augenheilkundliche Zuwendung. Und die Prognosen sind gewaltig. Wenn man mal so die häufigsten Augenerkrankungen anschaut und sieht die jetzigen Anspruchnahme und rechnet nur hoch, wie sich das durch den demografischen Wandel verändern wird, dann sieht man die Zuwächse. Und wir sind ziemlich sicher, dass wir knapp 8 Millionen mehr Behandlungsfälle für 2030 haben. Allein für die Patienten über 60 Jahre. Ist das überall so? Nein, das ist nicht überall so. Hier haben wir andere Erkrankungen, die man auch denkt, die müssten doch zunehmen. Krebs, Realtumor, Speisen, Karzinome, Leukämie, Arthritis, Asthma, sogar die Verkehrsunfalle. Nein. Das ist so, dass die Disability Adjusted Life hier ist eher abnehmend. So ist die Prognose der WHO. Aber in der Augenheilkunde nimmt die Belastung eher zu. Und dann muss man fragen, machen wir irgendwas falsch in der Ophthalmologie? Was wollen wir eigentlich? Wir wollen Sehbehinderung verhindern, wir wollen Erblindung verhindern. Und dann schauen wir doch mal an, wie das in Deutschland aussieht im Laufe der Jahre. Was bringt die Augenversorgung? Und hier sehen Sie die Prävalenz von Blindheit und schwerer Sehbehinderung in der Zahl der Fälle, die eine Sehbehinderung haben pro 100.000. Und dann sehen Sie, waren das im Jahr 1993 ja so 390. Und was haben wir geschafft? Es ist immer mehr geworden. Jetzt sind wir bei 430 etwa pro 100.000. Machen wir was falsch? Ist es so wie bei der Krebsbehandlung? Es tut sich einfach nichts mehr. Ist das so? Nun, es ist nicht so. Und zwar, wenn man den Effekt des demografischen Wandels herausrechnen würde, also, dass wir nicht mehr 80 werden, sondern 90 oder 100 in der Zwischenzeit, dann sähe das ganz anders aus. Dann ist nämlich tatsächlich, haben Sehbehinderung und Erblindung altersnormiert tatsächlich abgenommen. Und, wenn man dieses Delta ausrechnet, dann wurden allein an vollständiger Blindheit seit 1993 30.000 Fälle verhindert. Und warum ist das so wichtig? Nun, Blindsein ist Ihnen intuitiv klar, ist eine schwere Behinderung. Wenn Sie auf der Straße Menschen fragen, welches gesundheitliche Risiko fürchten Sie am meisten, dann ist Nummer 1, im chronischen Tumorschmerz zu versterben. Nummer 2 ist Erblindung. Und dann erst kommen andere Dinge. Von manchen Dingen haben wir nicht so viel Angst. Ich glaube auch nicht vom Herzinfarkt. Das geht schnell vorbei und so. Das ist nicht so schlimm. Aber zu erblinden ist eine Grundangst, die wir in uns tragen und eben auch aus gutem Grund. Und deshalb, glaube ich, lohnt es sich ganz extrem zu wissen, wo die Risiken liegen, die in unserer Bevölkerung, das kann man auch nicht irgendwo in den USA untersuchen, sondern das muss man in Deutschland für Deutschland untersuchen, wo Risiken für schlechtes Sehen zum Beispiel liegen, aber auch Risiken für die anderen Erkrankungen, die wir hier gehört haben, haben, die uns Lebensqualität kosten. Die uns Leben kosten, die uns aber vor allem auch Lebensqualität kosten. Das muss man untersuchen, die Risiken herausfinden, die Risikofaktoren herausfinden und dann eben auch bekämpfen. Und hier haben wir offensichtlich schon was geschafft in den letzten 20 Jahren, auch vor der Gutenberg-Gesundheitsstudie, aber mit ihr werden wir noch mehr schaffen und können dann hoffentlich sagen, wir leisten viel und sind erfolgreich. Das ist nur ein paar, was im Moment ja ein bisschen schräg gesehen wird vielleicht, aber es war während der Weltmeisterschaft und haben Sie sich noch richtig freuen können. Meine Damen und Herren, ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht können wir die Abschlussrunde gleich verbinden und ich darf alle Vortragenden nach vorne bitten und Sie dürfen herzlich gern noch Ihre Fragen an Professor Pfeiffer und die Kollegen stellen. Ich darf Ihnen vielleicht noch kurz und ich darf Ihnen